Oh, wir haben irgendwie einen Autoverlust, sind nur 41 Leute drauf. Genau so ist es auch passiert, genau, unsere Mechanics haben einfach wieder alles gegeben und das Auto dann halt nach sieben Runden flott bekommen, also wir haben schon die Speed-Mechaniker. Ja, sie haben es aus der Luft gefischt. Das ist die Frage, bin ich abgehoben oder eingesunken? Bin ich abgehoben oder bin ich in die Erde eingesunken bei meinem Diskontext? Also Dizzy war gerade vom Server runter, um sich einzufahren, weil wir wollten... Tobi, ich gucke gerade parallel so ein bisschen, da läuft es aber auch gerade nicht so. Ist gerade überall so ein bisschen schwierig. Wir wollten halt quasi die Sims von Dizzy dann vorschieben, aber... Deswegen habe ich das auch leider nicht gesehen, aber... Davor bist du teilweise in den Boden und teilweise abgehoben, das sah schon sehr cool aus. Also stellenweise hat man gedacht, ja gut, der Ferrari macht jetzt ein bisschen einen Auftritt. Also, dass ich da nicht schon weggeflogen bin, wenn man eigentlich nicht... Ja, der ACC ist er ja ziemlich, äh, ja, kriegt, was das angeht. Genau, Ava hat einen Schleudersitz benutzt, den wir vorher noch gemeint haben. Ich konnte es nicht so retten. Ja. Äh, Jungs, ich brauche übrigens mal Reifendrücke. Ich bin die Reifendrücke aus dem Standard-Setup gefahren. Also aus 032A. Und die sind gut oder... Aus der Erinnerung? Vorne ist 032A. Äh, hinten... Also vorne rechts ist 032A. Hinten rechts ist 04A. Also 27A meine ich damit. Also 27A und dann halt... Also vorne rechts sind sie bei 27A und hinten bei 27A, das meine ich. Ansonsten gehen sie. Aber ich fahre jetzt noch gerade leer. Ja. Ich geb dir einfach... Ich geb dir einfach die Startdrücke und pass da an wie du's brauchst. Okay. Hat dauert kurz. Ah ja, kein Stress. Ich fahre eh. Hab noch 20 Minuten. Soll ich vom Server und die Drücke eben kurz gucken? Wenn du das machen kannst du es mal zu sehen. Ja, dann... Weil ich stimme ja eh gerade nicht. Dann kannst du auch nämlich das Bild dann dort zeigen. Usai... Ja... Finde ich auch. Also... Ja... Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber... äh... Kann man zustimmen, sagen wir so. Wir haben es geschafft weiterzufahren. Ja, wir haben das kaputte, komplett zerstörte Auto. Der Schnelltransport in die Box bekommen. Und unsere Mechaniker haben da einfach wieder mal Meisterleistung vollbracht. Okay Leute, das was ich um 13.55 geschrieben habe, sind die Standortrippe. Ah ja, okay. Ich habe sie nochmal gepostet. Ja, da kannst du ja auch diese einfach selber sagen. Ja. 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 Und die sind wir haben die drücke machen wir dann wahrscheinlich auch dagegen geraten, oder? er war auf jeden fall wie sie macht es macht es echt gut auch wenn er es nicht hören will sagen was ihm halt auch nicht gelbe engelserie fängt auf und so kann man natürlich adac auch ausdrücken gelbe engel serie rand turismo meisters komisch wenn man master mit meister eistros meister eigentlich heißt gt masters glaube ich besetzt mit schon grund haben warum man das englisch nennt die meisterschaft ja nicht das heißt ja nicht championship heißt ja wirklich masters die thema wo man ist alles gut danke an euch alle haben wir irgendeine strategy wo der spritvoll ist jetzt ich bin weg tschüss aus 3 giftet art hier 1 ist ja da ist wohl noch nichts vor weil es egal ja klar der macht nichts und in den ding ist den setup haben wir also ich bin ein mal sag es einfach an wenn ich loslegen das heißt wir jetzt jedes mal das ding hochdrehen oh gott Das will ich auch gar nicht Kleiner Tipp, wenn man über den vier jeweiligen Reifen drücken auf Crashers einfach nur geht, dann erhöht man alle gleichzeitig Das brauchen wir Ich bin der Grund, ich bin der Grund, ich bin der Grund Mein nächster Einsatz ist, wenn man mal noch gucken muss, wie es jetzt halt weitergeht. Jetzt. 26, 4. Ja. 25, 6. We are on the left. Äh, ja. Und 26, 3. Für welche Temperatur waren das die Reifendrücke? Äh, 32 Grad. Ähm, denke ich habe dir noch nicht den letzten gegeben. Gib mir mal bitte rechts, äh... Hinten rechts, 25, 7. Nee, links, 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 links. Achso, links, äh, 26, 3. Danach? Äh, 25, 7. Okay. Nee, jetzt musst du halt noch eigenständig nachkorrigieren, was du noch drauf machen willst. Ja. Ja, bis jetzt bleiben es wohl 41 Fahrer, also es geht nach vorne. Ähm, die sie gleich nochmal durchgeben, äh, das ist vielleicht noch... Ah ja, da hat schon die Perspektive gewechselt. Spät. Sorry. Ist es wärmer geworden oder kälter? Nee, da. 29. Ich gebe ihn gleich erst durch, jetzt rede ich nicht mit ihm hier auf dem Werk. Nee, 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 eben. Shh, 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 shh. Immer nur für Geraden sprechen. Fahrer können wir es halt leider vielleicht verbieten, wenn er meint, aber... Wir haben jetzt 6, äh, 29 Grad Strecke, es sind etwa 2, 3 Grad kühler geworden. Äh. Wir haben jetzt wieder 5, 3, 5 Grad ir. Man Appreci designation. Ich denke hier neben der H des 50 Grad keinen Hauptst familiarity auch. Wir haben wieder einen Gastronomie Called Herb, der hat immer dormzukluggeräisches und horrend 프� Would Young 올� sehen. Und er wird raus nicht bereits sein. Auf ihr Gemeinsam jetzt sind die Musikerinnen-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl spielt, alsoätestens lire in einem Essdolten, sondern Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl... Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl-Dahl. Fertig fahren tun wir auf jeden Fall, wenn da nicht mehr Umstände passieren, was uns wirklich zum Aufgeben zwingt, dann fahren wir zum Ende, da gucken wir halt, wo wir am Ende stehen. Man muss es auch immer so sehen, man fährt sowas aus vielerlei Gründe und natürlich wenn man raced, will man natürlich eigentlich so gut wie möglich immer abschließen, braucht man irgendwo auch kein Rennen fahren so, aber am Ende des Tages ist es jetzt halt ein Rennen von noch so vielen, die noch kommen würden und ja, also es sei ja völlig egal, ob wir da jetzt Erster oder 41. sind am Ende so gesehen, wenn wir einfach zusammen eine geile Zeit haben, da hält man das dann lieber in Erinnerung als das Ergebnis, also es ist jetzt keine Meisterschaft oder nichts Offizielles, was uns, was jetzt in irgendwelche Analen der Geschichte eingehen wird, also in dem her muss man sich da, glaube ich, hingehend gar keinen Kopf machen. Deine Info, Dizzy fährt gleich noch vier Runden und er kann komplett durchpuschen, also Sprit reicht dicke, 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 dicke. Danach würde ich sagen, sollte Dizzy dann nochmal einen Stint machen und dann wahrscheinlich Ava wieder oder also gucken wir mal. Ansonsten Timing, also Stintplan ist schon aktualisiert, Raid dein nächstes sind wir um 20.38 Uhr dann laut Plan, also es hat sich so 10-15 Minuten nach hinten verschoben. Und Ava, 17.32 Uhr dann etwa. Ja gut, es kommt dann etwa an. Ja gut, es ist dann noch ein Michel nach mir nochmal, äh, vor mir. Ja, es kommt dann noch an, wann Michel da ist oder nicht. Ja gut. Ja gut, um 18.34 Uhr, aber da sollte er auch schon da sein, ne? Ja, ich hab da die Bearbeitung mal, äh, nicht mehr gestattet, weil ich glaube jeder jetzt theoretisch das Dokument sieht, war, ähm, würde das auch, ähm, Hintergrund der Fly anpassen. Äh, ich schick dir auch, oh Gott. Ich glaube, ich kann das in der Tür schicken. Ich mach mal einen Screentour, ich schick dir mal gerade, Raid, was die aktuelle Fahne ist. Die Szene mit dem Mercedes hab ich dir auch mal geclippt. Falls du die sehen möchtest. Timecode. Jetzt haben wir auch strafbereinigt, dass der BMW jetzt, sind wir noch exakt eine Runde vor uns. Das ist nicht die Szene, also mit dem Clip. Ich bin halt immer noch der Meinung, der Mercedes bremst da halt unmenschlich krass ab. Er macht einen Fehler, ist links, zieht dann wieder in die Mitte rein und macht dann eine Vollbremsung. Dafür krieg ich halt dann eine Drive-Through. Also ich sag mal so, ja, ich bin derjenige, der hinten reinfährt. Ja, man hätte es vielleicht verhindern können. Aber eine 5 oder 10 Sekundenstrafe hätte es auch getan, das hätte es nicht unbedingt eine Drive-Through geben müssen. Aber gut. It is what it is. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Oh mein Gott. Ich gucke gleich mal gleich, wie es bei Dizzy ausschaut mit dem Timing. Dann wird sich wahrscheinlich alles so ein, zwei Minütchen nach hinten überschieben und dann dann durch Spinala. Okay. Aber Pace sieht ja ganz gut aus gerade. Verratet es ihm aber nicht. Der Pace ist ganz zwischenständlich okay, würde ich sagen. Ne, das ist schon wieder MK. Ich habe schon wieder, ich habe mich so tierisch erschreckt auf einmal, dass die vor meiner Nase auf die Bremse ging. Ich habe mich, also ich habe mich daran erinnert gefühlt. Hatten wir das nicht exakt so beim iRacing-Rennen? Ja, hatten wir. Das ist exakt. Ich bin nur vom Gas gegangen im Prinzip und dann hat es das Auto schon ausgehebelt. Ich weiß nicht, also an der Stelle fände ich es besser, wenn die Leute, wenn die einen vorbei lassen, einfach ganz rechts nach außen gehen. Wofür gab es eine DT-Body? Ich schicke das nochmal in den Chat. Eigentlich hatte ich gedacht, mein Auto wäre Kernschrott, ab dem ich da so an der Wand entlang geschrampft bin. Danke an euch. Hier haben wir eine Fry-Fruit-Kippe. In diesem Sinne sage ich jetzt auch noch mal eine kleine Auszeit. Ich glaube, bei diesen passt es mit dem Spritverbrauch so, dass ich mal wirklich sparen muss, um auf die 30 Runden zu kommen. Aber ich werde auch zwischendurch nochmal draufschauen bei seinem Stint. Euch schreiben, informieren. Perfekt, dann danke dir auf jeden Fall. Jo, danke Dave. Kicks zu danken. Viel Erfolg bei deinem Studi. Schwer. Ja, danke. Ich schicke das einfach nochmal in die Kugel rein, was mir Dave jetzt geschickt hat. Und das auch nicht. Ich bin nämlich immer noch nicht. Ich bin ja auch schon. Aber ich bin ja auch schon. Ich bin ja auch schon. Es gibt einen Chat. Ich bin ja auch schon. Ich bin ja auch schon. Das war's. Ja, Freiburg-Trikot ist am Start. Die spielen auch gerade, läuft aber auch nicht so geil. Vielen, vielen lieben Dank für die Follows. Viele Fenster offen. Ja, eben, ich denke halt auch, ja, also jetzt mal, ich versuche es neutral zu sehen. Ja, ich hätte nicht so reinkuschen müssen. Ich sehe, dass da ein Unfall passiert. Und ja, ich könnte natürlich komplett vom Gas wegbleiben und die Situation komplett abwarten, was passiert. Aber es ist in der Startphase. Von hinten drückt einer wie Sau. Und du musst natürlich jeden Meter nutzen. Ich meine, hey, wir sind auch, wenn wir keine Profis sind, wir sind Rennfahrer. So, er fliegt ab, auf den Berg, bergrunder. Er ist links und müsste eigentlich genau wissen, dass er da dann Platz machen müsste. Weil er ist halt derjenige, der verunfallt. Er muss gucken, dass er clean wieder quasi sich einfädelt. Man blockiert quasi die Mitte und macht eine viel zu frühe, harte Bremsung. Der Bremspunkt ist da deutlich später. Und ja, deswegen sage ich halt, also, wenn man mich bestrafen will, finde ich halt eine Drive-Thru nach wie vor einfach komplett überdrehen. Aber ist egal. Es ist, wie es ist. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Aber gerne auch eure Meinung. Vielleicht sagt ihr, nö, genau richtig, war voll hart von Nia Ray. Kickst ihn da einfach weg. Würde ich jederzeit wieder tun, ehrlich gesagt. Genauso. Ja, das ist natürlich ärgerlich für ihn, dass es ihn dann so wegdreht. So, klar. Aber ich finde halt, du darfst ein Strafmaß nie daran entscheiden, was passiert. Also, was danach passiert. So. Weil es könnte jetzt genauso sein, ich schluck's ihn an und er bleibt einfach vor mir und fährt weiter. Was wird dann ein Strafmaß? Auch eine Drive-Thru? Komisch, irgendwie. Also, ich weiß was. Und es ist immer ein bisschen schwierig. So ein Rheingegel. Ja, eben denke ich auch. Fünf oder zehn Sekunden. Drive-Thru ist halt, ja. Das ist ja die quasi fast schon neben Stop-and-Go 30 halt fast schon die erste Strafe, die kriegen kannst. Das ist ja der Server weg. Hä? Nö. Das ist alles da. Ne, eine Rennleitung. Andere Menschen. Boxt, 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 boxt. Ja, es ist ja ein, aber es ist ja trotzdem. Achso. Aber du bist ja gerade da, ne? Äh, ja. Ich bin da. Machen wir kurz ein Kaffee, ich nehme mal was Handy. Jo. Alles klar. Alles gleich. Auch wenn ich wahrscheinlich genauso schnell wieder da bin, mit oder ohne Kaffee, macht Besserung. Kein Ernestin. Wahrscheinlich. Das ist gleich. Also, ich glaube, ich bin auch gleich wieder da. So, dann auf einen guten zweiten Stint. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Wir fahren den Evo. Der alte wäre ja noch unfaarbarer gewesen. So, jetzt hat die sich einen guten Spot erwischt. Schön Luft nach vorne. Platz 28 wird er eh wegfahren. Oh, nice done. Ja, danke, Shadow. Ja, ich ärgere mich des Todes, dass mein Internet weggegangen ist. Ich bin übrigens gerade eine Stunde mit angefickten Reifen gefahren bei der Wege. Okay. 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 ich glaube die sie meint er ist mit gebrauchten reifen losgefahren wobei ich mir das nicht vorstellen kann weil wir neu auf den so ich hatte übrigens gerade reifensatz 15 eingestellt ab da an nach oben können wir sicher sein dass noch keiner die reifen benutzt hat also wir hatten halt schon mal den fall dass es nicht so war die wohnungsverweis angezeigt waren aber alt also und jetzt nicht reden aufmerk ja für benutzerreifen war das echt gut ich denke mal er kommt durch den dreher könnte es vielleicht sein eindruck gewesen sein jetzt haben wir schon wieder den leicht leckenden Bentley vor uns wir haben jetzt gerade den wieder den leicht leckenden Bentley vor uns ja da habe ich ja schon gedacht Gasly Crash ah die fahren jetzt Sprintrennen ne äh Sprint Qualifying ach keine ahnung wie man das nennt so Sprintrennen Qualifying ist das nicht eigentlich voll spät für Formel 1 ne ich glaube es war heute um 16 Uhr erst ja den sind sie gestern sind sie erst um weiß ich wann gefahren diese Qualifying war übelst spät ja da habe ich mich voll gewundert aber dadurch konnte ich es noch sehen weil ich war den ganzen Tag arbeiten oder ja unterwegs ja ist die sie 30 Sekunden vorne oder ich 30 Sekunden weil ich fand gestern so weit über die sie übelst weit hinten dran vom Dings her heute bin ich der langsame oder wie sonst einmal auf Pause drücken und wieder auf Play dann kommt man vielleicht wieder nach vorne aber bei Twitch ja bei Twitch bringt das was einfach Pause und wieder auf Play manchmal kommt man wieder einen Tickenweil nach vorne ja ich arbeite in der Forschung Universität ja für uns stimmt du äh du schimmst ja über YouTube ja ich hab's vergessen ja kann ich ja nur empfehlen achso ne nicht ne auf Switch ne heute auf Switch ah ok ja das hat irgendwie nicht reingepasst auf YouTube heute weil YouTube ist die Vorbereitung immer ein bisschen mehr für so ein 24er I know du musst mehrere sichten und das und jenes und so ist zwar alles cool irgendwie aber ja da bist du halt einfach schon mal gefühlt 2-3 Stunden damit beschäftigt und hab keinen Bock drauf die sie ist vorne ok ok komisch also dann ist das halt so Platz 41 Jagdplatz 8 ja 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 eigentlich wären wir halt auch da vorne von der Pace ne also um die Top 10 rum hätten wir auf jeden Fall fahren.. können müssen es ist wie es ist also ganz ehrlich äh ändern können wir es eh eh nicht mehr leider märm haben wir mich mal keine Schluss ich finde das ist jetzt nicht schlimm dann ist halt jetzt ein schöner Kampf nach vorne und ich äh ich wurde angerufen äh äh Nils hat mich angebümmelt, während ich mein Gastes Grund war. War da irgendwas Wichtiges, oder? Vielleicht hat er sich verdrückt, hat er den Way versucht anzurufen. Ja, das kann ich... Du bist ja jetzt nicht mehr lange gebümmelt. Okay. Äh. Ja. Ihr seid zurückgefallen, sehe ich gerade. Ja, mein... Wir waren sieben Runden nicht existent. Was war los? Mein Internet hat mich gekillt. Auf Bayern. Wie F an der Stelle. Ja, das ist jetzt halt... Wir fahren unseren halt jetzt, ne? Mann, wir jagen jetzt mit Platz 41 Grad Platz 8. Der jetzt zum Glück eine DT hat und verschwinden wird. Ja, die Payser, die ich gehen kann. Ja, um die Top 10 auf jeden Fall. Sie eigentlich sogar. Bist du bitte so freundlich und wäscht mich vorbei? Naja, also, was ich hiervon gesehen hab, ist... Selbst von P1 aufwärts ist von alles Mögliche passiert. Also, ähm... Ja, man weiß... Ganz ehrlich, das ist doch Bums, Mann. Wir wollen das Rennen fahren. Wir haben Spaß, dieses Rennen zu fahren. Und am Ende sind wir halt... Vielleicht Platz 30 und haben wir dann trotzdem ein geiles Comeback geliefert. Also, going. Mal gucken, wo's hingeht. Rennen soll lang. Und ich sag immer, im Motorsport eine gute Comeback-Story ist auch mal was wert. Nicht wahr? Chat? Ja, cool. Also, ihr Menschen damit ist immer trotzdem erster. Dann ist das viel mehr wert, wie wenn wir jetzt nur erster gehen. Das geht. Solltest du sagen, wo ihr gerade seid? Ich bin auf P4 rum und flüchten vor P5. Oh, nice. Ja, mir ist leider ein Fahrzeug passiert in der Hälfte von meinem zweiten Stint. Und hab mich gedreht. Den Taf halt dann richtig mit Scheißreifen. Letzte Stunde habe ich fahren dürfen. Ah. Das ist halt dem P5-Fight sehr gut entgegengekommen. Das heißt, wir werden jetzt gerade unter The Dark King gejagt. Und ja. Also, gut, jetzt werde aber Patrick ja heute wieder doppelt. Das wird jetzt kein Thema, das erst mal sagen. Ich meine, Maga, du hast eine DT. Ich bin schneller als du. Warum lässt du mich denn nicht vorbei? Du verlierst doch nichts. Das ist halt der gleiche Rente wie vorhin. Ich kriege wieder zehn Runden hinter dir her und verliere einen Haufen Zeit, weil du spielst. Warum auch noch? Der muss jetzt rein. Der kann schon in zehn Runden nicht. Ich sage es ihm auch gleich. Es hat mir vorhin schon aufgefallen, dass dieses Team sehr eigen fährt. War ein gutes Interesse. Was wollte ich jetzt sagen? Der Bentley ist gleich weg. Der hat eine DT. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich, da soll er Platz machen. Ist halt total bescheuert, was er noch macht. Ja, Maid, weiß ich nicht. Also, irgendwie... Wir sind der letzte. Ich bin glücklich, Niklas. Ah, genau. In Forza Motorsport durfte man Bephers mit dem Formel-1-Wagen fahren. Das hat richtig Laune gemacht. Also, ein Ace würde in Formel-1-Wagen gehen wahrscheinlich sterben, aber... Ja, das sollte ruhig noch drei Routen draußen bleiben. Dann ist er nämlich disqualifiziert. Easy Snack, nächster Platz für uns. Ja. Du musst es doch positiv sehen. Boah, lass mich bitte vorbei. Bitte. Bitte. Maga, ich hänge dir seit drei Runden im Kofferraum. So, ich wünsche dir dann trotzdem Spaß. Seit drei Runden. Das musst du. Check gut. Viel Erfolg. Toi, Toi. Okay. Boah, ist nicht so belastend. So, da vorne ist Platz 40, dann müssen wir noch eine Runde aufholen. Ja, das ist so traurig, wenn wir 40 vorbei sind, sind wir immer auch noch nicht vorbei. Also, ne, platz dich. Wir sind halt echt so weit von weg vom Schuss, Alter. Ähm, Milu, ja, Leistung ist ja das eine. Das ist ja trotzdem auch noch so. Es gibt ja noch andere Sachen als nur die reine Leistung, Gewicht, generell Performance. Und da, sagen wir es mal so, in einer perfekten Welt sind sie alle irgendwo gleich, aber in unserer Welt leider nicht. Also, das stärkste Auto, die stärksten Autos hier sind schon Honda, Bentley, Audi. Und, ja. Ja, das ist der einzige Nachteil an 41 sein. Nicht der einzige Nachteil, das ist der Nachteil an 41 sein. Man hat leider kein Anrecht auf gar nichts. Und das ist echt belastend auf Dauer. Ja, das habe ich ja vorher gemeint. Genug, genug schon solche Rennen gefahren und genug schon diese... Downer erlebt, leider. Bist, wenn du hinten bist, musst du kämpfen und alles. Ach, du bist ein Schatz. Ich küsse dich, ey. Zimmermann, ich küsse dich. Danke. Ey, du bist ein Engel, Robi. Du bist wirklich ein Engel, danke. Ich bin immer noch 40, das ist mir doch egal. Ja, ha, ha, ha. Grüße gehen raus in dich, Zimmermann. Wir sehen uns dann in einer Runde. Ja. In einer Runde wäre gut, wenn wir in einer Runde wieder dran wären. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du es meinst. 42, wir hatten Disconnect und waren, sagen wir mal, während der Rest sieben Runden gefahren ist, waren wir leider nicht da. Ja, Blackjack, aber ich weiß nicht, ob wirklich von den Unebenheiten oder so, da wirklich ein Formel 1-Wagen da so wirklich funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, die würden sich halt massenweise weglemmeln, aber egal. Wie gesagt, bevor zum Motorsport ging das, das wollte ich hinaus. Und es hat super viel Spaß gemacht und man war unglaublich schnell auf dem Weg. Die Kunst hat alles easy flat fahren. Und, äh, das bräuchten wir jetzt. Wenn wir das hätten, ich glaube, der wäre Platz 1 auf jeden Fall drin. Ja. Würden wir halt so 1,30er-Zeiten oder so ballern. Also ich frage das jetzt mal so bescheiden an euch im Discord. Haben wir schon Zeit gut gemacht? In irgendeiner Form? Äh, ja. Ähm, du hast dich jetzt gerade zurückgerundet auf Platz 40. Wenn du jetzt wieder auf Platz 40 zukommst, dann haben wir Platz 40. Und komisch, ist aber so. Schön. Also, du kommst vorwärts. Rundesport-Mathematik. Jetzt genau eine Runde hinter Platz 40. Also wenn jetzt Dizzy einmal nochmal um 40 kommt, dann geht's um Platz 40. Da er jetzt schon fast 2 Sekunden Vorsprung hat, muss Dizzy, wenn man auf einer Rundenzeit von 2 Minuten 2 rechnet, nur noch 2 Minuten aufholen. Ja, also so funktioniert das halt, ne? Ja. Ja, wir fahren ultralange jetzt hinterher, das ist einfach so. Wird sich auch nicht so schnell ändern. Deswegen sage ich ja, wir fahren jetzt erstmal ein Rennen für uns. Können ist Platz 39 in derselben Runde wie Platz 40. Okay, jetzt sind sie gerade rübergegangen. Ja klar, also... Ja klar, also... Aber du musst bedenken, wir sind soweit hinten durch ein Disconnect und Disconnect-Probleme werden jetzt die wenigsten gehabt haben. Es gibt keine Axt- oder mindestens Boxen-Stoffanzahl, ist egal. Durchkommt. Es gibt halt 65 Minuten Begrenzung, aber da kommen wir eh nicht hin, weil der Ferrari schluckt einfach richtig gut. Ja klar, also... Freiburg läuft halt auch nix, aber das haben wir schon gedacht, dass Köln heute das Ding für sich macht. Auf Map 3, ich glaube wir können so ziemlich Map 1 ballern, so wie ich es verstanden habe. Ich glaube ich muss, weil ich ein bisschen mehr verbrauche, 6 Runden oder so auf Map 3 fahren. Was für eine Theorie, die sie jetzt durchfahren würde, ohne noch in die Box und sonst zu müssen. Dann wären wir P1, alles klar. Gut, dass ihr euch das durchgerechnet habt. Ich würde tatsächlich sogar dagegen wetten. Also nichts gegen PC oder so, sondern einfach weil die da vorne so... Uuuuh, was zum Fick machst du, Alter? Dann fahr rüber, wenn du... Ey, es kann nicht mein Ernst sein. Fahr nicht nach da und komm wieder rüber. Oh, Mann ey. Oh Gott. Jetzt musst du links vorbei. Fahr, 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 fahr vorbei. Vorsicht hinten. Ja, kannst dich eingliedern. Nicht deine Schuld. Schaden groß. Ich kann mit der Box fahren. Es ist vorbei. Ja, dann fahr rein. Will irgendeiner übernehmen? Wenn du die nicht mehr willst, ansonsten kannst du ruhig nochmal fahren. Entschuldigung, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad. Sorry. Sorry. Weiß nicht, aber wie ist es bei dir? Ich fahr, ist okay. Fahrst du? Na ja. Wir müssen auch schnell Drücke machen. Ne, es ist nicht... Es ist nicht deine Schuld, diese gar nicht. Also, weitermachen. Es ist bad first. Es ist bad first. Wir müssen auch schnell Drücke haben. Ne. Ich mach nur Sprit rein. Ich baue die Reifen. Mann, sehr gegrüßt dich. Moin, moin. Also, zum geilsten Zeitpunkt eingeschaltet. Läuft gerade richtig rund. Alles gut, Dizzy. Kann passieren. Kopf hoch. Ich bin, glaube ich, von allen, der noch am ruhigsten. Ruhigste, glaube ich. Also, ich fahr dir gerne noch vier Stunden. Ja, dann, feel free to go. Also, bei mir im Chat haben wir gerade durchgerechnet. Wenn du jetzt durchfährst, bis zu dein Ende, ohne nochmal in die Box zu müssen, könnte Platz 1 noch drin sein. Aber ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht und ob wir wirklich einfach durchfahren können, ohne zu zeigen. Aber feel free to go. Das wäre jetzt, äh, bei mir jetzt, äh, glaube kritisch gewesen mit übernehmen, weil ich nämlich wahrscheinlich in 20 Minuten sowas von strullen müsste. Ja, und das ruckfährt sich gut. Äh, wir hatten... Danke für den Clip, Bossi. Äh, wir hatten, äh, Disconnect und, äh, konnten nicht gleich wieder auf dem Server. Und deswegen, äh, hat sich immer so, quasi auf dem letzten Blatt zurückgefallen komplett. Ja, Robil, Johnny, geht halt über die Clip-Funktion halt. Ich guck mir den Clip jetzt auch noch mal hin. Entschuldigung übrigens an dem Bentley, falls euch besser reicht. My bad. Ich war der festen Überzeugung, du fährst links. Weil du so eingeschwagert hast. Hat super doof gelockt. Er hat halt... Er hat halt, äh, der Skyline gar nicht getroffen, ne? Ja. Er war super langsam und dann kam die sich halt übelst schnell an. Kann die sich nix machen, ist aber auch nicht die Schuld vom Bentley. Also, ey, das ist Rennunfall, was willst du da machen? Ja, genau. Vor allem ist das dann halt blöd. Komplett Verstopfung dort. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Autos da jetzt gerade Schaden von getragen haben. Ja, das sind einige. Aber, sagen wir mal so, es haben halt beide danach sich nicht so gut... Wie sie hätte eigentlich auch sofort müssen nach links weg. Hätte da nicht einfach stehen bleiben sollen und so regungslos. Wird schon noch ne Strafe geben. Wenn es der DT ist, was soll das jucken? Also, sagen wir mal so, wenn sie konsequent sind, muss das auch ne DT geben. Weil sonst finde ich es halt quasi irgendwo dann auch nicht richtig, warum ich ne DT bekommen hab. Aber, ist egal. Wie du sagst, ist es für uns, gibt es jetzt eh nicht mehr. Ja. Mehr als letzter werden können wir nicht mehr, also... Jetzt ist es immer schon gar nicht mehr, weil irgendein Team disconnected ist. Komplett. Ja, sind schon mehrere. Ja, das Porsche Team von WPS, glaube ich. Ich weiß nicht gar nicht, ob die unter WPS gefahren sind. Die sind raus. Arke und so, oder was? Ja. Warum? Was haben die gemacht? Weiß ich nicht. Das habe ich leider auch nicht bekommen. Wenn es die 28 war, habe ich sie einmal richtig langsam unter den Berg runterfahren sehen. Aber ich nehme die ganze Zeit die Nummer 28 übelst langsam im Fahren sehen. Es hätte sein können, dass die Events richtig böse eingeplant sind. Am Anfang war der doch 44. Keine Ahnung, 42 ist das, was ich noch gesehen habe. Aber... Achso, du meinst am Rennstart. Ja, kann sein, dass da noch mehr raus sind. Das kann schon gut sein. Ja, ganz ehrlich. Ich will nicht wissen, wie viele Teams allein nach diesem Disconnect schon gesagt hätten. Ja, okay. Lass aufgeben. Ich finde das eigentlich... Gerade bei solchen Events ist es halt, finde ich, eine dumme Marotte. Also, solange man fahren kann, sollte man fahren. Macht ja trotzdem Spaß. Das ist natürlich ein bisschen haariger, weil... Ja, die Reifen natürlich... Das ist halt... Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Jo. Ich geh schon mal vor, sie sah ja schon mal auf Klo. Ach, das ist... Ich will diese Zeitbombe nicht weiter in mir behalten. Moinsen. 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 Sog 3 giftet A tier 1 Subtu GR4V3D1 GGER. Gemos sein. Ich weiß nicht, was noch passiert. Ich weiß nicht, was noch passiert. Ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Schaffen wir das in, keine Ahnung, wie viele Stunden... Lass es von mir aus fünf Stunden dauern. Uns wieder ans Feld dran zu kämpfen. Dann kann das wirklich Schlag auf Schlag gehen, dass wir da uns nach vorne kämpfen. Das ist jetzt halt natürlich super unmotivierend. Ja, es läuft eigentlich ganz okay. Bis halt auf den großen Disconnect. Aber... Ja. It is what it is. Was ist das schon wieder derselbe Bentley? Slim Beats ist, denk ich auch. Ach, Bad Herrs Götter. Ich liebe... Also ich liebe diese Strecke. Ich liebe Australien. Bad Pries. Oh, Magal, die Klappe. Ach, Mann. Schrebt mir noch nicht über die selben Leute vor die Schnauze. Ich will einfach nur ne Stunde im Kreis fahren. Come on. Und der lässt mich doch 100 pro nicht vorbei. Oh, jetzt kann ich wieder... Ey, ich komme nicht aus dem Verkehr raus, Alter. Ich muss... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat 10. Er muss rein. Früher oder später. In den nächsten drei Runden. Also klemm ich dahinter und baller. Er hat drei Runden spätestens. Also... Das ist auch nicht die Welt. Das G ist für immer. S, G, Stop and Go. Nicht... Zehn Sekunden. Boah, Alter. Ich briss. Ich hab ja Dizzy echt gern, aber manchmal... Ich kann halt vorbeikämpfen. Dass man die Schnelle sieht, weil das sehen wir ja. So, wieder da. Ah, da haben wir schon die Penalty bekommen. Ach, oh ja. Alles klar. Ja. Ist dann aber auch konsequent, ne? Natürlich. Weil es auch interessant ist, der Bentley wiederum kriegt da eine SG-10 dafür. Hatte ich ja noch schlimmer, SG-10. Okay, halt. Ja, das ist richtig. Das ist noch schlimmer. Okay, alles zurückgenommen. Wollt grad sagen. So, hey, warum geht er nur eine SG-10. Er ist ja doch mindestens auch eine Drive-Zugeflügeflügeflügeflüge. Okay, never mind. Hab nichts gesagt. Okay, never mind. Hab nichts gesagt. Und, also wie gesagt, wenn ich vorher eine Drive-Roof für das eine bekommen habe, dann muss die sich dafür leider auch eine bekommen. Auch wenn das natürlich in beiden Fällen... Weiß nicht. Ich bin keine Rennleitung, ich hab's noch nie gemacht. Aber für meinen Geschmack... Hätte ich jetzt gesagt... Rennunfall oder halt so 5 oder 10 Sekunden Strafen würden auch reichen, aber gut. Wenn sie's konsequent durchziehen, ihre rote Linie, dann ist es okay. Wenn alle gleichermaßen so bewertet oder bestraft werden, dann ist es völlig gut. Ach... Ach, nee! Die ist ja alles gut, der muss anhalten. Der hat eine... Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin trotzdem frustriert, weil ich nicht nach vorne komme. Weil ich entweder so jemand vor mir habe oder Menschen, die einfach nicht gucken können, wer schneller fährt. Und ich eigentlich nur auf den Halbcars fahre. Ich fahre keine Rennen, ich fahre eine Sonntags-Ausmache. Weil ich mit 41 nisch zu melden habe auf der Strecke. Und jeden vorbeilassen muss. Es ist fucking frustrierend nach anderthalb Stunden. Sehr frustrierend. Ja, und da zieh mir doch einfach rein, Maga. Natürlich. Bis... Ah! Wie sie jetzt ist auch gut. Das Problem werden wir immer noch in den nächsten 5-6 Stunden haben. Da müssen wir jetzt aber das Kampf ansehen und durchziehen. Geht nicht anders. Weil wir einen Unfall gefahren haben. Äh, falls ihr mich jetzt gerade beruhigen wollt, schaut auf mein Ruhepunkt. Ich bin total entspannt. Ich bin, glaube ich, eher traurig. Ah! Ah! Sehr. Traurig. Gleich die Sie uns. Egal. Das nervt mich. Ich fahre. Das gut. Michael, du bist übelst leise bei mir. Ich weiß nicht, was du da geraucht hast hier im TeamSpeak. Äh, im Discord. Mach dich jetzt lauter. Oder du redest lauter. Oder du sagst einfach gar nichts, okay? Also mich jetzt darauf zu reden. Na ja, will nicht. Muss auch nicht. Kann mir gemutet. EEEE! Ah, da ist er ja. Da ist er wieder. Trotzdem leise. Ne, oder? Ist mal leise. Mach die mal lauter jetzt. ich steh mir aus dem jenseits so klingt es halt echt fast jetzt ein köln spieler gerade rot bekommen habe ich das richtig gesehen für die die auch bundesliga noch parallel gucken so wie ich oder einfach nur ein wechsel ich glaube nur ein wechsel doch gelb-rot ja gut dann muss jetzt aber freiburg was machen sorry für die die kein fußball hingucken aber ja bei mir geht es einfach ein bisschen lauter ja ich meine jetzt auch lauter also deswegen habe ich gefragt ob er selber gefixt bekommen sind es manchen selber lauter ich brauche nichts mehr fixen wenn es jetzt fix sein hau ich dich passiert ja ich habe dich jetzt lauter gedreht für mich halt finde es so bei hamilton 05 ja geil wer ist auf 1 2 und 3 ja alle legt nur ich oder ich habe versucht gerade mit uns zu kommunizieren ja michel weiß nicht was er wieder macht spricht nur einzelne worte die man nicht versteht und dann da ich weiß nicht was gerade los ist man ja das ist doch gut oder gedreht sind richtig einfach aus und dann ist gut er ist er mich davon hat bei mir zugeschlagen ja er ist mit absichtlich ans telefon gegangen genau ich dachte kommen wir noch mal um den impuls zu triggern ja jetzt jetzt bloß mal eine frage für ein freund zuschauer passwort ist aber nicht doch steht doch im discord ach so ja okay dann stelle ich mir die frage warum warst du weg und nicht als zuschauer drauf weil wer rechnet mit dem internet disconnect während ich mal kurz für 20 minuten essen gehe ach so ja okay also ja alles gut aber ich weiß jetzt wenn ich hier mit die sie unterwegs bin nehme ich jetzt einfach das handy selbst im kacken mit aber dann werde ich nicht mit dem mit dem stift hinten zwischen den backen von der schüssel aufstehen das würde ich aber sehr begrüßen also ich würde das mal alles für ich würde erst mal ich würde erst mal nochmal den finalen in den ständen vordrücken und dann kommen und wenn ich das beim laufen verliere egal bleibt dann auch da so lang liegen bis bis alles geklärt ist was ich hingammeln und stinken einfach stift raus stehen lassen oder wieder rein ziehen da ist er nicht es sind planen und kann das jetzt sein dass jetzt mein zweiter sind im prinzip entfällt entfalten fallen glaube ich nicht weil dieses jahr seien nicht wirklich durchgezogen hat oder wie so haben wir denn jetzt haben wir zehn nach fünf an wer geplant gewesen wollen wir wussten das ding klar 17 32 laut ist was wenn er ja nicht mehr bis 17 32 fährt dann kannst du schon noch fahren michael ist hier erst um 18 24 angeplant 34 jahren es hat sich ein bisschen verschoben ach so ja ich habe noch hier das alte ding offen er musste die neue grafik in diskon dann muss ich erfahren von von 24 bis 0 uhr oder nene jetzt hier nachfährt aber einen stint und dann hast du ein doppelstint gut das ist sehr sehr kurzfristig hast du ja noch eine gute stunde zeit wenn aber noch rein muss nach dem hier eigentlich 20 uhr gerechnet aber okay wir können auch tauschen mich die option ist offen gestanden dann fahr ich war sie nach aber und dann du nach mir wenn man da redet man dann wenn aber im auto sind hoffentlich auch den ganzen stint ja 24 bin 0 uhr ja das kennen wir schon das ist der beste sind nämlich noch mal und fahr ich mir mal die drücke raus oder wie viel sich auf ja ich denke schon dass wir auf und das ist schon wieder die sie hat heute seine lieblinge gefunden aber ganz ehrlich das waren auch meine lieblinge der bände in die es echt scheiße zu fahren dann lecken sie noch zwischen brüch durch die welt also stimmen wort das hat ja eine strafe ganz vergessen ja das ist nicht ein anderer bände sie 231 die man ja direkt weil der ping rum springt wir ja der herrung kann sind normalerweise ja kann so kurz und zu kurz sehen was für temps gerade auf dem server sind ja dann müsste es ja hin um mit 22 24 wenn ich dann so um 18 uhr dass ein also im game 18 uhr sowen sowen und ja 10 ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich hab's gestern ja schon gesagt, stellt euch einfach mal vor, dass der Alfa Romeo nächstes Jahr mit den neuen Regeln einfach besser ist als der Mercedes und Bottas halt einfach den Move des Jahrhunderts gemacht hat. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber fährt er da die Drücke raus. Und Michael ist mittlerweile auch da. Vorhalber. Oh, Freiburg hat gerade ein Tor geschossen. Sehr gut. Auch noch in Weißhaut, oder was? Sehr gut. Habe es nicht gesehen, deswegen kann ich mich nicht freuen. Weil mittlerweile muss man ja immer erstmal noch gucken, könnte es vielleicht noch ein Video geringens geben. Aber es schaut wohl eins. Ja, Eigentor, okay. Ja, nice. Sorry. Und was für eins. Besser geht's nicht. Ja, besser kannst du die nicht reinmachen. Sehr gut. Juck, zählt, ja. Ja, cool. Also wenn das nicht zählt. Eigentor zählt eigentlich immer. Das ist 2-1. Okay, du bist ein bisschen vor mir vielleicht. Mir gibt es noch keinen Angriff. Eigentor zählt doppelt, ja. Wäre auch eine coole Degel, ne? Dann traust du dich ja gar nichts mehr als Verteidiger, wenn dem so wäre. Oh, das ist tiefer. Drei Ecken gleich ein Elfer, genau. Memphis, keine Ahnung. Also ich fahr keins auf jeden Fall. Ich hab hier nach erstmal keinen Endurance-Wend mehr geplant. Also nicht, dass ich keins mehr fahren werde, sondern aktuell hab ich keine Planung, dass ich eins fahren werde. Ja, Top 40 ist drin, würde ich sagen. Das neblige Scheu-Saal, wir hatten Disconnect und konnten nicht direkt wieder auf den Server drauf. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und dadurch sind wir halt sehr viele Runden zurückgefallen. Dementsprechend halt auf den letzten Platz. Moritz ist jetzt ganz oben fett. 41 von 41. Also diese, ich bin wieder da, ich hab auch mal eine Truppe rausgefahren. Können das also alles in Ruhe machen, dann. Ja, ich hab jetzt noch 16 Runden im Tank, ungefähr. Jo, copy. Scheu-Saal, danke dir. Jensel, nee, gar nicht. Aber ich weiß das Ergebnis, glaub ich. Dass ich's weiß. Ähm... Jetzt... Jetzt... Frage, nächste Frage, kann ich grad nicht sagen, aber auf jeden Fall eine Runde voraus circa. Ja, ich weiß schon, Jensel, der Versappen auf 1, genau, und schon weiß ich schon nicht mehr, wer auf 2 ist. Okay, Freiburg ist vorbei, naja, immerhin. Gut, dass das Köln, soweit ich's gesehen hab, besser war. Ja, dann McLaren Morgen, Doppelpol, oder, wer doch geil, ich will nicht feiern. Ja, Doppelpol, Doppelpol, Jusk. Ist jetzt eigentlich der Pinguin da, oder? Ist er einfach heute nur schweigsam. Vielleicht ist er gerade, oder sowas. Genau. Ja gut, er ist ja jetzt erst von der Arbe nach Hause gekommen, der hätte jetzt auch nicht gleich Bock, sich da hinzuklemmen. Pum ist am Honda vorbei, ja, nice. Ja, ich muss mir mal die Zusammenfassung angucken vom Sprint. Aber, ja, ich kann halt, weil's High-Ticket jetzt nicht mehrere Sachen gleichzeitig gucken. Oh, mein Gott. Ja, das ist halt ein Mittagsloch. Ja, das ist halt ein Mittagsloch. Deswegen hab ich gesagt, ich will da nicht fahren. Boah, mein Gott. Boah. war nicht richtig spannend der status war es ja ist halt auch ein unnötiges format und schreibe ich das eigentlich auch so sagen taku vielen dank für das gifte zappen dieser rox ist noch nicht ganz klar kommt darauf an was michel da jetzt will also mir ist egal wann ich fahre aber mich will heute um acht wäre schon sechs geplant deswegen kann nicht sein dass ich dann schon etwas früher fahrt ali das gerne ist natürlich schon immer schön da geht man da mal hin aber jetzt nicht so oft wie ich könnte es sagen muss man große gruppe auf status hier was geschrieben hast ja gut gesagt die kirschteure ja ja auch blöd wenn man den dino dort bekommt also ja 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 das Kind wusste ich nicht, dass da Alkohol mit dran ist und hab mich gewohnt, um die so gut schmeckt ja, echt, fandst du das dann gut also ich meine erste gegessen habe als Kind oder probieren durfte weil es hieß halt schon also eigentlich kriegt man damals zumindest mal habe ich die als Kind nicht eigentlich bekommen oder hätte man die nicht bekommen aber ich durfte halt mal probieren und genau das hat mich halt übelst gestört daran ansonsten schmeckt die ja gut aber gerade der Alkohol da drin fand ich damals als Kind auf jeden Fall echt ekelhaft ich finde nämlich schon, dass man das rausschmeckt ja, fruchtig ist es, klar ja, die bleibt es fertig Platz 37 bis 40 sind alle in derselben Runde kriegen wir noch wenn wir einmal wieder dran sind, dann geht es auch vorwärts aber wir sind halt so weit zurück, dass wir also wir sind nicht nur letzter, wir sind sogar halt so komplett weg vom Schuss ja, so eine Runde eine Runde noch, letzter ja wir hatten Disconnect, Leute wegen der letzten wir hatten Gibbs lang hat die sie noch weißt du das kann aber aber es waren glaubt noch drei runden oder ich guck mal zwei prunden hat er noch einen tank jetzt müsstest du ja laut dem plan von dave ja verschiebt es ja ein bisschen ja klar die sie ist ja halt so roundabout ein halbes sind gefahren fast ja 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 und wir in disconnect hatten weil wir lust drauf hatten gesagt oder war doch so weil vodafone ein problem ist es ja nicht gewesen war schon die lusten er richtig macht die ganzen sachen ein bisschen spannende nicht böse weil ich nehme dich gar ein bisschen auf nahe aber die frage warum wir ein disconnect hatten ist halt so ein halt internet weg genau jetzt also ich weiß nicht ist es ist jetzt ein bisschen gemeint von mir tipps prime ist verstehe es hoffentlich warum ich mich gerade drüber müssen alex minuten sekunden auszudrücken ist ein bisschen schwierig wir sind halt ungefähr eine runde enten dran eine gute runde hinter dran bw bw so schaut man noch schnell ein bremspedal noch mal auseinander genannt ja auch mal bremse brauchst du nicht ja das hat gestern das hat gestern ganze zeit ja weil wenn man wie war das fenatech hat nein das ist normal bei metall auf metall das ist alles sauber gemacht bockenkleid spree drauf gemacht das ist immer noch ein bisschen härter moin moin bei die 20 20 kb ja müsste aber müsste sein ja 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 aber ich gehe ein bock hatten wir schon zu lange rum das stimmt wohl allerdings mehr als jedes andere team ja kein plan wie das jetzt ist mit der hochrechnung wir dadurch weil sich das jetzt ja verzögert nochmal ob wir dadurch jetzt wieder durch sparmaßnahmen wieder was sparen können weil ohne das jetzt wäre wäre es ja so gewesen dass wir hätten jetzt mal sie mehr oder weniger ballern können aber jetzt würde es jetzt nicht vielleicht wieder attraktiv sein fahren dass wir boxenstopp wieder sparen und aber das kann ich jetzt leider nicht da der da ja richtig groß also wo ist unser gehören auch wenn ich mal was einwerb jetzt kommt ballert einfach das was geben also es wird nicht mehr bei einer buchmannschaft oder einfach bleiben jetzt jeder von dem feld schon einmal ab ja eben und wie das haben wir jetzt hinter uns also warum warum redest du jetzt davon dass wir das noch als einziges team zweimal machen finde ich ja nicht cool was ich das jetzt in der stimmung hier mich beweist echt du weißt du weißt du weißt du hast du bist ja ich weiß natürlich aber es ist ja trotzdem irgendwie sinnvoll immer vom bisschen zu planen ab da wir nicht planen können hätte ich jetzt auch gesagt ballern war jetzt einfach ja das ist auch immer eine tendenz dazu zu ballern die ersten drei runden werde ich noch auf dem mapping 3 fahren einfach reifen druck aufbauen und dann bei mir ist es ja auch so ich glaube ich muss fünf runden noch mit drei und den rest ballern am pass auf jeden fall mit 30 runden hat nur 29 ja ich habe ja meine für 24 erfahren ja jetzt aber jetzt jetzt ist der ferrari in dem spot wo er kriegt ohne 26 also 18 bis 26 ist da geht das ding ab wie darunter ist auch schon wieder nicht mehr so geil unter 18 weil weil dann der asphalt zu wenig wärme abgibt da kühlen die reifen zu sehr aus wollen auf eine super runde eben und der jahre 23 wird jetzt maler weise wenn er dritt war kann er sich noch mal schön ballern jetzt sollte der ferrari echt sehr gut funktionieren eigentlich sollte der reifen haben der ende kann es auch gut ausbeschleunigen und alles ohne dass man gucken ob ich überhaupt mit diesen weil ich mit diesen ganzen kripp zurechtkomme ja war denkst du das sein sein internet dann hinterher kommen er wird dann eine minute 30 fahren stattdessen warum nicht ja nix gegen aber dann wird es mit dem sprich klar heftig bei einem minuten 30 war dass wir nicht wissen was wieder verbraucht das ist dann egal ja gut eigentlich schon weil im boxen shop dann easy wieder rein fährst richtig und zwar in drei minuten wenn ich jetzt konstant seine 159 fährt ja echt mal auf die befreue ich mich auch schon die hat er nämlich angekündigt habe ich überhaupt nicht ach so ein vorteil hat es ja jetzt dass ich jetzt nicht mehr streame ich brauche hier keinen flugscheinwerfer mehr anhaben die sie hat nach dem sind echt die schnauze voll glaube ich ja aber bist du da ja bin da waren wir dann später nicht jetzt auch mehr reden aber danke Omega 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 sorgt drei gifte da tier 1 0 9 0 0 620 gifs abs in den channel aber jetzt bitte ihr 26 26 25 9 26 5 26 0 26 26 26 und dann 26 0 korrekt dann mich noch wie krästen jetzt hast du rück fest ja ich weiß perfekt 28 wohnen ich gehe mal noch schön auf toilette ja aber das bündliche so 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 Ne, Jensel, der Memphis kannte sich so schnell tippen. Danke euch für die Follows, ey, willkommen, willkommen, ich hoffe, ich habe trotzdem euren Spaß, das heißt trotzdem, Spaß, bevor es eigentlich geschrieben ist, egal ob Platz 1 oder 41, und glaub mir mal, geilen Fights, die kommen noch, hatten wir ja schon am Anfang, gab es ja ein paar geile Überholmanöver, da kommen wir ja wieder hin. Das ist halt jetzt wieder ran kämpfen, erst mal, als Held. Ach, wieder da. Hebe, okay. Dave? Der macht gerade Pause oder sowas. Der kann jetzt aber was tun. Hat mir gestern sehr gefallen. Faster car coming up behind you. Jetzt. lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch mal hochgeladen ja heute morgen ja ein bisschen hochschrollen heißt auch irgendwie 4k update urteile an seinem rein mit news club fällt ja gar nicht auf dass er schmutzig ist über die dauer ist er vorher schon sagt das ist mega nice das macht eigentlich den effekt nur nochmals authentischer dann wenn ich da war und nach mein stint muss ich dann unbedingt was essen das habe ich das habe ich gerade gemacht das ist essentiell ist oder es geht ich bin im ersten doppelst du bist ja ich verstehe schon aber ich war auch noch nicht abo läuft in umständen entsprechend wenn jetzt wieder diese 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 sätze anfangen also wenn wir das und das rausrechnen würden dann werden wir da und da machen wir es kurz und knapp schlechter kann es nicht mehr laufen wenn ich nähe also uns kann eigentlich nichts mehr zu mehr zurückwerfen deswegen eigentlich eigentlich kann man hier bleiben weil sobald wir jetzt auf die 40 vorkommen dann haben wir schon wieder so können es wieder ein downer geben genau da können wir ja was verlieren wir könnten einen platz verlieren genau wir könnten letzter werden deswegen bleiben wir lieber hier da kann uns nichts mehr schocken einfach zu will das sind wir denn jetzt schon anführungszeichen dasselbe rote platz noch eine runde zurück aber der ist halt quasi aber er ist trotzdem mal quasi eine ganze runde die wir zurückliegen ja aber nicht ganz eine runde meine ich damit jetzt ne 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 ich müsste nicht ne der ist jetzt gerade berggruppe gruppe 5 auch die sie ja gerade jetzt kommen oder da ist danke an euch alle für euren support und eure unterstützung in diesem sinne sei jetzt ich bin weg aber bist du da ja ich bin da also ich würde jetzt die nächste noch fahren und dann brauche ich rein und dann stellte einfach selber im single player ein ich kann dir die werte nennen ich glaube bei uns am glück passen das ist ein riesiges klatschpedaler am kühl ah das muss ich neu einstellen verdammt also ich bin ready du wirst du jetzt nicht gleich warten muss ja deswegen habe ich ja gesagt wir tausend ja ja eben sei ja ja auch kein problem ich bin dabei ich wollte das gestern nacht noch machen aber statt mir komplett geschafft ja 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 michel einfach nur wenn er fährt reinschalten und fragen ob er sich die beine rasiert das weil wissen wir doch was er das tut ich rasiere mal die beine was die schlicht nicht das sieht man doch was ich für für wuschliche fußbehaarung habe ich habe mich aber überall haare auf den zähnen hört man man genau käfer das kann sein ich habe ehrlich gesagt nicht auf die graf meldungen acht jungs ich mute mich mal hier schon mal direkt im disco ich bin ja genau danke aber gerne michel ich komme jetzt rein copy ich bin die was in eine bremse von augen 54 6 aber das kann ich zur not auch noch in der box machen habe ich pc 5 abs bin alle stand noch kaffee oder ein bisschen schon er hat noch nicht aus dem dicken box ist für dich auch michel die info weil du nicht im briefing hast ich habe auch kein stream laufen gar nicht erfahrene komplette internet leitung ist nur jetzt für spiel ich bin hast du den motor vorher dann an ich versuche es ja ja zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei zwei eins perfekt viel spaß aber danke der porsche ist wieder connected wir sind nicht mehr letzter ich gleich sagen ich gehe erst mal kurz auf kacke jetzt sind wir jetzt wieder da ja ich gehe erst mal kurz Also wegen Blue-Flag-Regeln ist, glaube ich, das Entscheidende oder Wichtigste, was für eine Regel die hier quasi aufgestellt haben. Und zwar folgendermaßen, egal ob du jetzt Blue-Flag bekommst oder der vor dir eine hat. Auf dem Berg ist es folgendermaßen bergauf nur vorbei, wenn wirklich der zu überrundende das will. Also wenn er klar zur Seite fährt und sagt, hey, okay, ich mache dir hier Platz. Er muss es aber nicht. Und berg runter gar nicht. Also ist eigentlich absolutes Überholverbot von der Rennleitung verhängt worden. Es sei denn natürlich ein Crash oder sonst was. Und es ist ganz klar, okay, du kannst da vorbei. Aber die sind nicht dazu angehalten, dir berg runter in keinster Weise Platz zu machen, egal wie schnell du bist. Das heißt, immer auf die Geraden eigentlich warten. Genauso aber auch, wenn hinter dir natürlich einer wäre. Was wir jetzt nicht hoffen, dass so viele sind. Aber dann, ja, auf dem Berg kannst du eigentlich machen, was du willst. So nach dem Motto. Copy. Oh, jetzt ist aber jemand anderes raus, ne? Jetzt sind wir ja 40. Okay, gut. Oder die hat, der BMW war in der Box. Die haben hier doch auch gerade. Achso, ja. Ne, ne, ist der Porsche hinter uns geführt. Also es ist doch einer Connected. Wahrscheinlich der Honda von vorhin. Jetzt wird er wahrscheinlich komplett raus sein, oder? Ich weiß nicht, welche Nummer das war. Okay, man muss halt irgendjemand nochmal raus sagen. Weil der Porsche ist jetzt wieder drauf. Oder ein Porsche ist wieder drauf, sagen wir es mal so. Wir sind nur 55 Runden zurück. Also die haben noch eine krassere Challenge als wir. Team LS, Dankeschön für den Raid. Willkommen, willkommen. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Moin, moin. Moin, moin. 1 Liga gefahren, ja, sehr schön. War gut. Moin, muss hier sind ins Ziel gekommen. Der ist ja schlimmer wie hier. 4 von 20 eingekommen. Krass. Ja, läuft. Vaku halt, ja. Und in 2021 nochmal anders wild, weil du halt echt dieser schnellen rechts auf Startziel ja, oder vor Startziel, einfach mal Kripp verlierst. Da wird es bestimmt auch einige gekostet haben. Kann auf jeden Fall beruhigen. Wenn ich mitgefahren wäre, wäre ich auch oder denjenigen, die es nicht geschafft hätten. Baku, ja, kann ich aber nicht. Bin ich raus? Nee, nee, aber, ähm, aber fährt gerade. Wir hatten Disconnect und sind dadurch sieben Runden zurück und versuchen uns jetzt irgendwie irgendwie wieder ins Feld nach vorne zu kämpfen. Mir widerschreibt es, diesen Bentley vorbeizulassen eigentlich. Moin, mageher. Sock 3 giftet A tier 1 sub 2 3 R R O R H D. They have given 623 Gift Subs in the Channel. So, ja, da. Lass den ruhig noch hinten dran versauern. Er hätte das ja mit dem Sau nicht anders gemacht. Nee, André, das liegt echt am neuen F1-Teil auch. Also, das ist anders wild. Da fällig ist ja einfach die Haftung. Er lausende nichts. Ja, Team, können wir mal schnacken oder so. Aber Zeit ist bei mir halt echt so ein ganz schwieriges Thema, leider. Lust eigentlich nie. Im Prinzip wäre ich eigentlich zu jeder Schandtap zu haben. Aber die Zeit wird es nicht. Ist oftmals ein Problem. Safe, möglich ist es schon. Es ist halt, also, wir werden halt das gesamte Rennen diesem Disconnect hinterherfahren. Das ist klar. Wir waren auf, sagen wir mal. Welche Map müssen wir fahren? Drei oder vier? Drei. Eins und drei. Eins, zwei, drei. Ich glaube, vier ist zu langsam. Sashito, danke. Genau, wir waren Platz zwölf, aber wir hatten quasi so die Speed, so um die Top Ten zu fahren. Also, ich sag jetzt mal, zwischen Platz acht bis, ja, 14, sag ich jetzt einfach mal. Weil man darf ja nicht bedenken, wir waren nur zwölfter, weil wir auch eine Drive-Thru bekommen haben. Sprich, hätten wir die nicht gehabt, wären wir achter oder siebter gewesen zu dem Zeitpunkt. Also, von dem her, die Speed wäre ja da. So ist es ja nicht. Aber wenn du halt so weit zurück liegst, das dauert halt. Aber wir haben ja noch 18 Stunden vor uns. Also, alles gut. Ja, Team LS, danke dir. Sashito, danke schön, Bagger, für den Zabs. Und Sorge, danke, dass du so viele vergiftet hast, Bagger. Luxi, danke schön für 47. Bravallo, danke für dein Prime. Vielen Dank, Leute. Ja, der Zwerg, ich hab's vor, auch durchzuschrieben, aber ich werde A, wenn ich nicht hier sitze, in den Spectator gehen und B, ich nimm's Handy mit. Stadt Ronda. Top 20 zu schaffen. Boah, das kann ich nicht sagen. Also, unmöglich, glaube ich, ist es nicht. Aber da müsste es jetzt halt einfach perfekt laufen auch. Und... Ja. Müssen wir mal gucken. Also, sagen wir es so. Unser Ziel soll jetzt erstmal sein, wieder richtig ranzukommen ans Feld. Und dann gucken wir mal, wie wir uns halt nach vorne kämpfen können. Ich mein, wenn jetzt... Michel dann übernimmt, der alleine macht natürlich schon 10 Plätze gut. No pressure, please. Ja, mal gucken. Also, ich glaube, sobald wir dran sind, geht's Stück für Stück nach vorne. Im Falle, es passiert sonst keine Scheiße mehr. Ich sag's ganz vulgärm, wie es ist. André, stärker vielleicht nicht, aber anders. Und bei manchen Strecken halt extrem overpowered. Also, gerade Sandford ist, glaube ich, das Paradebeispiel. Da kannst du ruhig einfach mal... Sagen wir mal... Ja, 5 bis 15 Stufen runtergehen oder so. Je nachdem, wie dir die Strecke selber liegt. Das ist völlig normal. Spa ist sie stellenweise an manchen Abschnitten schneller. Silversow, nicht extrem. Österreich habe ich es auch festgestellt, dass die KI... Alles gut, es ist nicht schlimm. Was jetzt wer hat es ja geil war? Oh. 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 doch doch ich fahre noch ich habe ja noch vier stints aber ich weiß nicht mann keine ahnung unser plan ist ja anders jetzt ja das ist die bremse also laut plan fahre ich um 23 uhr wieder die 22 uhr also ist noch ein bisschen hin was passiert auch lass uns muss ich darüber reden das ist bloß nicht darüber reden was ja sogar von chat erklären ob das sinnvoller platz 39 schon zwei plätze gut gemacht ist wild und Da schauen, was geht. Kann ich dir gar nicht sagen, wie weit die 38 weg ist. Pitwall ist leider, glaube ich, irgendwie komplett durcheinander. Ja, Pitwall ist komplett ausgestiegen. Ja, altes Klärchen. Durch wachsendes Brennen, Sascha. Durch wachsendes Brennen. Erkläre ich dir in Ruhe. Irgendwann mal. Morgen oder übermorgen. Ja. Nach dem Verdauen, ja. Oder übermorgen. Oder über, über, übermorgen. Oder irgendwann, wenn wir in den Urlaub fahren. Mal gucken. 2024. Ach, wir können uns auch auf 2028 einnehmen. Also, okay. Nee, morgen gibt's kein Frühstück-Stream. In Mitte 2030, ja. Nee, Exzentrum fährt in einem anderen Team. Was? Exzentrum fährt bei Stuhlsen mit. Der war eine Zeit lang krank. Und, äh, wir hatten ihn jetzt gar nicht eingeplant. Und Stuhlsen hat ihn jetzt noch mitgesnackt dann. Dass er noch fahren kann. Was ist denn los? Vincent fährt auch nicht bei uns. Vincent hat auch ein eigenes Auto. Muss ich mir gleich erstmal was zu essen machen, Chat. Ich hab richtig Hunger. Alles verbrannt gerade in dem Stint. Ich hab richtig Hunger. ich alle für euren support und eure unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg sogt drei gett art hier ein sub to stiff master 2592 they have given 624 gift subs in the channel was machst du denn denke ich hoch ja dann geh doch komplett hoch und stelle ich nicht was machst du denn ein fuhr jetzt den anderen doch jetzt ja jetzt stellt sich auf einen kopf oder was mit deinem fuß jetzt gehst du wieder runter okay wie du auch was wir fährten bei euch gerade den gegen stuhl sohn so mal gucken, was im Discord los ist. Hallo? Hallo! Übergefahren, der Sie. Ach, Michel. Ich hab's extra gesagt. Was denn du schon, Wüther? Nix, alles gut. Hast du früher Feierabend gemacht? Nee, nee. Bin schon eine Weile da. Da wolltest du nicht erst um 18 Uhr da sein? Ja, also eigentlich wollte ich erst ab 18 Uhr fahren. Ach so. Das war eigentlich der Plan. Aber ich hab jetzt noch meine Pedalen alles sauber gemacht. Weil die gestern gequietscht haben. Oh, was da los? Ja, ich müsste die neu schmieren. Ja, Michel nutzt halt seit neuestem Fanatec schmieren, ja. Die quietschen, ja, hab ich gehört. Muss ich allerhalb ein Jahr einmal machen. Ja, ist ja kein Problem. Ich glaub, Pedalpflege ist generell nie verkehrt. Wenn man mal den Staub wegpüsten und nachzuschmieren. Ja, viele... Lufst du auch jeder auf dem Pedal. Viele, viele machen halt den Fehler und nehmen ein nasses Spray. Das darfst du halt nicht machen. Nee. Nee, den Tipp hast du mir auch gegeben. Hab ich mir auch direkt... Guck mal, da kann ich sogar gleich die Kamera zeigen. Dann hab ich sogar hier direkt wiegen, einsatzbereit. Hier. Schönes, schönes WD40. Reibungsreduziertes PTFE-Trockenschmierspray. Genau. Weil WD40 ist ja, gibt's ja auch als das, ne? Also es ist jetzt nichts, das ist ja nur die Firma. Oh, ich muss jetzt erstmal meine Pedaleinstellung wiederfinden. Ad. Nö, ich krieg da kein Geld für, ist keine Ad. Und Link verteile ich auch nicht rum. Also wenn das schon gekennzeichnet werden muss, dann guck mal nach Deutschland. Ja, Michael macht nachher den Stream, denke ich. Er bereitet gerade noch alles vor. So sieht's aus. Aber es ist... Aber es ist... Äh, Goldi, äh, ich hab vor, mal nach dem Event ihn mal zu kontaktieren. Und dann, vielleicht gibt's Updates. Mein letzter Stand, der ist aber auch schon wieder ein paar Monate her, ist, dass ihm wieder besser geht, aber zeitlich aktuell einfach nichts drin ist. Aber es ist jetzt noch zwei Stunden im Auto und dann fährt, glaub ich, Michel, wenn ich das, äh... Nee. Eine, eine Stunde. Aber hol dir jetzt einen Stimp von vorher nach, dann fahr ich. Weil ich mit Michel getauscht hab. Und dann fährt Michel. Okay, da Ahnen nach, weiß ich gar nicht, wie der geplant war. Ich stehe, keine Ahnung, ich stehe doch nicht durch. Glaub ich. Ja, ich hab auch durch. Grafit als Schmierung. Das zieht den Dreck an, Grafit. Stimmt. Deswegen Trockengleitspray. Beziehungsweise Teflonspray. Ja, Goldi, ich geh jetzt ja nicht näher drauf ein. Also das soll dann, wenn Duki sich mal meldet, einfach selber sagen. Wir haben ihn auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist ja klar. Also ich hab meine Pedale noch gar nicht eingeschmiert. Aber bei mir ist auch kein Schmiermittel dran an den Dingern. Das kommt da mit der Zeit, wir sehen. Du hast dort halt... Du hast halt trotzdem... ...Metall unterlegt, oder ist das bei dir schon Plastik bei dem Sprint? Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist für ein Material zwischen den Gummis. Plastik. Ja gut, da hast du keinen Metallabrieb. Das kommt ja durch einen Metallabrieb. Bei uns sind das ja... Also bei mir sind das ja Metallscheiben. Nee, das hab ich nicht. Bei mir quietscht gar nichts. Also überhaupt nichts. Das ist immer noch wie am ersten Tag, die Dinger. Wir hatten Disconnect, Leute. Jeder, der halt reinkommt, fragt es. Aber ich kann es auch verstehen. So, aber dann würde ich ja schon mal, glaube ich, wegen meinen Drücken gucken. Aber die kann ich mir ja ausrechnen. Da muss ich jetzt nicht kurz in das Probe fahren. Das heißt, muss ich gleich noch gucken, wie lange da war. Oh, Tobi Schmuggi ist vor. Weil ich weiß, es wird ja auch kurz vor sieben sein. Ich kann es ja mal kurz testen. Also bitte jetzt keiner... Warte, ne, ich runtergehe, ist ja gar nicht. Also Leute, ihr habt mal kurz kein Rennbild bei mir. Ich bin nicht ganz kurz. Ins Simulationsstudio Singleplayer. Ja, mit den Simulationen. Temperatursimulationen. Ne, also... Oh, das ganz schön fehlt. Pitwoll ist irgendwie, seitdem ich mir Pitwoll gekauft habe, ist es eigentlich nur noch scheiße. Also wirklich in jedem Rennen. Hättest du es mal nicht gekauft? Ja, ich glaube, schön, ein Jahr hat es Schlüppchen gemacht, danach ging es nicht mehr. Also, Dizzy einfach Pitwoll kaputt gekauft. Ja, bist du. Oder, oder, durch deinen Kauf, haben die gesagt, okay, wir ziehen das Geld jetzt raus und dann hauen wir ab. Die dicken Streamer gehen rein. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, lüge. Sock 3 giftet A tier 1 sub 2 Kolkuts. They have given 625 gift Subs in the channel. Will jetzt keiner connecten? Danke. Um, sim. Uff, das ist alles. Uff. Uff. Wie sieht es denn aus, chat, wollen wir noch einen Raffel machen, oder was? Come on, baby, give daddy some lovings. Was willst du machen? Was verraffeln? Äh... Sascha? Dankeschön für... Warum auch über 50, ich sag. Küsschen? Bei 3000 muss ich in die Ostsee hüppen. Egal wie kalt. Da machen wir dann Next Level Pool-Streaming. Aber im Großen. Ich hoffe, du kommst mit. Sascha, Dankeschön, Meier. Ehrlich. Aber da lasst euch bitte noch bis zum Winter Zeit, dass es auch noch nicht kalt ist. Das habe ich gesehen, ja. Sascha, danke. Sag mal, Michel, er soll mal nach Polia mit Unterlagsscheiben suchen für seine Pedale. Habe ich hiermit getan. Was war unsere Quali-Runde? Ich weiß gar nicht, was bist du denn gefahren, Michel? 1, 8, 0, 0, 2. Ja, 57. Junge. Ja, 56. Du hast ja recht. 1, 2, 0, 0, 2. Äh, chatte ich mal einen Raffelruf. Ähm... Dildo. Palpaka ungefähr um 7. Also, gute halbe Stunde. Ausrufezeichen Dildo-Chat. Äh, wir machen noch ein... Oh Gott. Schön aufgepasst. Ähm... Puh, das war knapp. Wir machen noch ein, ähm... Der Ava, der... Ey, der... Der... Der weicht richtig krass aus. Das ist wie ein Neo in Matrix. Wir machen noch ein, äh, Gutschein von... Denne ich jetzt übrigens Neo Ava, weil... Neo in Matrix allen ausweist. Perfekt. Weiter so. Nice. So, Platz 38, da ist er. Boah, was... Was geben die ein? Dildo? Äh... So, Ava hat's grad gesagt. Äh... Chat, Ausrufezeichen Dildo, äh, für ein Gutscheinski von 5... Ne, von 55, sag ich schon. Von 50 Euronskis von, äh, Sauerkraut. Ausrufezeichen Sauerkraut von der Sonne. Da könnt ihr dann, äh, falls ihr gewinnt, euch jetzt schon mal so ein bisschen was aussuchen und ein bisschen stöbern auf der Homepage, wenn ihr da Lust drauf habt. Äh, und wenn ihr ganz fetzig drauf seid, dann schaut ihr nochmal bei Sabi vorbei, weil Sabi, der, äh, überträgt das Ganze gerade für euch, äh, und kommentiert das Ganze. Und, äh, an dieser Stelle könnt ihr Bescheid sagen, dass wir noch einen Raffel haben. Ich sag ihm aber auch mal Bescheid. Ich so nicht. Ja, wir sind hier 37. Brauch ich außen gar nicht versuchen. Sabi ist offline? Oh Gott. Äh, der ist ein bisschen gefährlich. Ja, der hat euch heute früh schon mal ein Disco-Mike. Ja. Machen wir das Beste draus, Chat. Gut, nevermind, aber trotzdem, äh, trag dich mal mit Ausrufezeichen Dildo ein, Chat. Ich werd dann gleich mal ziehen. Und dann gucken wir mal, äh, äh, das wird, äh, ein sehr, 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 sehr langer Abend, Leute. Ich seh schon. Es haut nicht alles so hin, wie es hinhauen soll. Ähm, also tragt euch nochmal ein. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit dazu, Leute. Und dann, ähm, äh, äh, tragt euch ein und dann, äh, werde ich gleich rausziehen. Ähm, die Butze mit Ausrufezeichen Dildo. Wie gesagt, es sind 50 Euro. Die könnt ihr bei, ähm, bei Sauerkraut sein komplett auf den Kopf kloppen. Dann könnt ihr euch alles raussuchen. Von dieser Cap bis zu, äh, einem wunderschönen Hoodie, weil wir kommen ja jetzt auch wieder in den Herbst rein. Es wird ein bisschen frischer draußen und die sind echt kuschelig, muss ich sagen. Also die sind schon, äh, al-dentico. Tragt euch mal ein. Wir haben davon, äh, auch so noch eine, äh, eine Menge. Also wir haben jetzt, äh, zwei Stück sind jetzt, äh, weg. Also haben wir noch zehn. Dann haben wir noch, dann haben wir noch, dann haben wir noch von Speedy Rugs, haben wir auch noch ein paar, äh, Gutschein Skis für euch. Da könnt ihr euch dann eventuell mal so eine schöne Matte zulegen. Und wir haben auch noch zwei schöne Goodie Bags für Zuschauer. Einen ziemlich großen, finde ich, und einen kleinen. Also es gibt noch, äh, genug zu ergattern in diesem Stream. Hoffen wir mal, dass mein Internet hält irgendwie. Ich würde jetzt ziehen, meine Damen und Herren. Wer ist denn, äh, wer, wer, wer ist denn der glückliche Gewinner? Leute... Kann mir mal einer erklären, warum meine... Warum mein eigener Bot... Kann mir mal einer erklären, warum mein eigener Bot... Gewinner ist? Wie kann das denn sein, what the fuck? Hey, Entschuldigung, Bumsboy, aber, ey, du... Bumsboy, du folgst mir nicht mal. Ey, mein eigener Bot folgt mir nicht mal. Guckt euch das mal an hier. Was für eine blöde Pottsau. Gleich raus, weg. Da wird gar nicht lange gefackelt. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Blöde Sau. Wo ist denn jetzt meine Maus? Ähm, wie Chavo? Ne, Micha Hu? Ja, Micha Hu. Micha, bist du da, Moine? Micha, bist du, bist du anwesend? Ja, Micha ist sogar da. Geil. Micha, schreib dir mal ganz kurz eine PM, ja? Also, via, äh, via Twitch. Ey, ich und meine Maus auf drei Bildschirme, ne? Ich patze. Sag's euch. Geil. Stoli, du hast auf jeden Fall dir was Schönes gekauft. Äh, so, oder? Also, Platz 37 ist jetzt hier auf derselben Gerade ganz am Ende. Allerdings eine Runde nochmal drauf. Also, du musst ja nie vorbei und dann nochmal eine Runde. Aber schaffst du, schaffst du in dem Stint noch. Äh, Micha, bist du, bist du da, kannst du antworten. Ich hab dir persönlich eine Wispern-Nachricht zugeschickt. Ich hab dir eine Wispern-Nachricht zukommen lassen. Ich bin da, das ist der richtige, Micha. Äh, Micha, du kannst jetzt bei Sauerkraut, äh... Schade, dass mein Zug fährt Platz 9, wer vor mir ist. Du kannst bei Sauerkraut den Code einlösen. Wenn du cool drauf bist, äh, sagst du mir, äh, was du dir noch gekauft hast, damit ich das auch mal weiß. Einfach so aus Interesse. Habe ich dir zugeschickt, kannst du, äh, einlösen. Ja. Ich wünsch dir sehr viel Spaß. Ansonsten, Freunde der Sonne, ihr könnt jetzt, äh, wenn ihr wollt, ähm, also immer im Laufe der, der Zeit nochmal ein bisschen stöbern gehen bei, äh, Sauerkraut, weil wir haben davon immer noch. So. An... Neun? Neun Stück müssen noch da sein. Bei Sappi gehen ja auch, äh, bei Sappi gehen auch welche raus. Also, ein paar sind noch. Äh, wenn wir Drücke machen sollen, sagst du Bescheid. Aber ich hätte sie schon... Jo, ähm, lass uns das nächste Runde machen, wenn ich hier runterfahre. Machen wir. So. Jetzt sind wir auch wieder da. Bebe. Man sieht mal wieder eine Fahrersicht. Ach, das stimmt. Äh, ja, jetzt gleich. Seht ihr wieder eine. Aber streamen ja gar nicht. Ja, Jackpot, das ist halt so. Das wäre auf der Nordschleife genau das Gleiche. Ha, ha. 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 Das ist das. Äh, ja. Das ist das next station. Da, für haben wir auch noch welche. Ja, also es gibt auch noch Gutschein dafür, äh, Spielerax, genau. Vielleicht ist ja auch so eine Matte irgendwo in so einem Goodie-Bäck versteckt oder so, I don't know, I don't know, I don't know, ich weiß es nicht. Also da haben wir auch noch welche, ja, das müssen, warte mal kurz, lass mich schnell, ich geh nochmal schnell studieren. So, schieß los. 27, 1, 26, 3, 26, 8 und 26, 3. So, weißer Kreis beim Reifen bedeutet neu, oder? Punkt, halt, oder? Also mehr Punkt. Naja, bei mir ist es halt ein weißer Punkt. Ja, ja, weißer Punkt. Ja, gut. Ich habe jetzt einfach Reifensatz 10 genommen. Ja, ich weiß, was ich nehme. Also es gibt ja Grau und Dings und ich glaube, weiß ist komplett frisch. Also, ja, das waren die meisten, die ich da durchgedaddelt habe. Äh, ich weiß, was in den Goodie-Backs ist, ich habe die ja gepackt. Der weiß, was ist. Mit, äh, obwohl, nee, Boris, Zappi und ich habe die gepackt. Ja, okay, dann gehe ich wieder zurück auf Reifensatz 3. Das hat er mir nämlich vorgeschlagen. Ja, es kommt ja hin, durch den Connect haben wir einen neuen Satz bekommen, oder? Ja, eigentlich müssten wir komplett neu. Und deswegen ist es ja passend mit 3. Ja. Und wenn er weiß angezeigt wird, dann muss er ja neu sein. Ja, ja, weiß ist komplett neu. Also ich würde ab Reifensatz 17 nehmen. Ich würde die vorderen, ehrlich gesagt, nicht anfassen. Weil die können uns durch den, durch den Reconnect könnt ihr für uns weiß sein. Aber die können trotzdem schon angefahren sein. Ja, okay, dann fangen wir ab 10 einfach an. Also 10 haben wir auf keinen Fall verballert. Ich habe ab 15, 15 oder 17, irgendwo da bin ich zwei Reifensätze gefahren. Da habe ich neu angefangen. Können Sie das mal bitte checken, welchen du genau da gefahren bist? Ich habe keine Ahnung. Danke an euch alle. Ich weiß es jetzt nicht. Ich werde alle erneuern. Wenn es weiß angezeigt wird, dann sind sie eh neu. Wir hatten das letztens mit, äh, wer war denn das? In irgendeinem Enduransrennen ist Vincent auch alte Reifen gefahren und die wurden ihm auch weiß angezeigt. Da warst du doch auch mit dabei, Michel. Meinst du jetzt mich? Nee, Michel meine ich. Keine Ahnung. Ja, gut, macht. Das muss schon länger her sein. Ja, es ist schon eine Weile her. So, noch 46,5 Liter, 12 Runden, sagt er mir. Ja, also ab 20 anfangen. Dann wissen wir safe, dass sie neu sind. Ja, wie gesagt, ich hatte 15. Ja, aber wenn du es nicht weiß, genau welche, dass es sich selbst wird. Die sind doch grau, die kann er doch sehen. Die sind doch angefahren. Das sieht er doch. Ja, okay. Ich sag's. Ah, okay. Danke, Kursheber. Okay, wegen den Reifen nochmal, was es ein bisschen probiert ist. Geh mal die Reifensätze durch, bis 16, 17 irgendwas. Da müssen Angefahrene sein. Die hat jetzt diese verwendet. Dann ab dem Neuesten danach. Dann wird er dann was safe. Oh, Vorsicht. Also guckst du mal, 16, 17 bisschen Trauer sein, in der erste Weise. Ja, ich nehme jetzt 18, weil er überspringt in 17er irgendwie. Ja, weil er dir da wärst du gerade fahren wahrscheinlich. Ja, richtig, genau. Dann ist er auch perfekt. Ach ja, Wade, denk dran, immer Sprit nachzufüllen. Ja, ich weiß, dass wir kein Reset haben. All righty. Top 10. Paul, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich mit meinen Emotionen in diesem Rennen hin soll. Okay, also ich kann dir, also ich kann dir gerade keine vernünftige Antwort geben. Also die richtige Antwort wäre, bis wir über die Ziellinie fahren, ist alles drinne und erst dann ist es vorbei. Aber ich kann dir echt keine realistische Einschätzung geben. Ich weiß noch nicht, aber machbar könnte es sein. Soll ich noch mal? Wie lange hast du es ungefähr noch so knapp 15 Minuten? Äh, 11 Runden. Naja, 15 Minuten. Ja, das passt. Knapp 20. An-Requests nämlich ruhig auch noch mal, weil ich werde je kurz vor knapp noch mal neu connecten wegen den Schildern, dass ich da zumindest am Anfang alle habe. Ja. Das heißt, ja gut, wenn du neu draufkommst, musst du dich einfach nur neu requesten. Das macht dann ja ruhig nicht, dass der Engel ist, weil ich meine, ob ich den da jetzt ein bisschen vertaue, ich den Ding nicht. Aber weg. Dir zur Liebe mache ich das. Ja, mach das weg und dann werde ich wieder kommen, aber was neu. Dankeschön. Ja, bei Sappi ist das Internet übrigens auch komplett tot. Da geht, da geht auch gerade gar nichts mehr, Chad. Das heißt, wir haben jetzt auch, kommentiert der Stream ist auch ausgefallen. Wie läuft's? So wird die Frage immer gestellt. Nee, also gut. Ja, doch. Jetzt geht wieder nach vorne. Wenn wir denken, dass Michael pro Stint, beziehungsweise pro Doppelstint zehn Plätze gut macht. No pressure, please. Und er hat ja noch drei Doppelstints. Aber sonst sind wir ja eigentlich wieder auf acht. Also von dem her, mit der Konstante können wir ja schon mal rechnen. Oder Chad, seid ihr, der meiner Meinung? Perfekt. Die Tabelle ändern wie vorher. Welche möchtest du denn haben? Die Direktabstände? Wie hier? Äh, Chili im Discord zum Beispiel, könntest du mich anhauen. Oder du könntest mir eine Mail schreiben. Ja, weil Sappi ist komplett fact-chat. Da ist Internet komplett tot. Da geht vor nichts. Das könnte also sein, äh... Äh, LTE-Fan, wir hatten Disconnect und waren dann eine ziemlich lange Zeit nicht im Bewegtzustand. Ja. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt, Chad. Ich will von Disconnects heute nichts mehr hören. Äh... Guck mal beim Pixelhelden oder beim Red Dot Discord. Da müsstest du mich ja irgendwo sehen in der... ...Mitgliederliste. Äh, bist du denn fahrbereit, äh, Ray? Ja, ich denke schon, dass ich fahrbereit bin. Also hast du Reifendrucker und alles? Habe ich alles schon mit ABBA geteilt. Steht auch im Discord, also alles gut. Ja, ich hab... Ah, ich hab ein, zwei mehr Discords auf, weil der Caster-Stream ist ausgefallen. Bei dem ist komplett Internet tot. Ah, nee. Also man sieht, nicht nur bei uns steckt der Wurm drin. Ein Ziel, wo wir landen wollen. Ähm... Im Ziel. Durchkommen. Ich glaub, das sind so Fragen, die kann man in vier oder fünf Stunden nochmal stellen. Aber nicht... Ja, wir müssen jetzt erst... Genau, also wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir so richtig ins Feld wieder reinkommen und dann sehen wir ja, wie wir uns durchkämpfen können. Warum wir uns für den Ferrari entschieden haben, weil die Frage müsste ich an Diesel stellen. Weil's ein schönes Auto ist. Perfekt. Leicht. Ja, Dickster, warte, ich schreib dir kurz mal eine PM, Manga. Warte, kurz. Ich muss ja gleich mal im Discord ein Screenshot schicken, was ich gerade vollgeformt bin. Was zur Hölle. Also, äh, Dickster, nicht, dass ich dir nicht glaube, aber kannst du mir diesbezüglich Proof schicken? Also könntest du mir ein Screenshot schicken? Weil, einfach nur zur Sicherheit. Weil ich muss das nachher auch noch weitergeben und mich dann darum kümmern. Und dann, dass das wieder funktioniert. Das wäre super lieb, Dickster. Dann schicke ich dir nämlich umgehend erneut und kümmere mich gar nicht drum. Wer weiß, vielleicht ist da beim Uptippen irgendwas passiert oder so. Und danke für dein Verständnis und, äh, für die Ruhe. Bist du ein bisschen, heute geht's echt drunter und drüber. Heute geht's wirklich drunter und drüber, sag ich euch. Äh, Godzilla ist über die Strecke gelaufen und, äh, gerade hier oben in der Skyline hat er genau unser Auto getroffen und ist, äh, äh, unser Auto ist dann einmal weggeflogen. Wir mussten reparieren. Wir konnten ein Godzilla leider nicht aufhalten. Nö, aber, aber geht's gut. Der fährt auch wieder. Zum Glück haben wir ja den Schleudersitz im Auto. Konnte direkt flüchten. Wo ist es, der Screenshot? Miche. Warte. 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 Ich leite heute einfach das beste Mikro. Wie, was ist denn mit meinem fucking Mikro? Alex, du klingst wunderbar heute, Miche. Ja, eher nicht. Wie ne, wie ne Sexhelfer. Wie ne Sexhelfer, klingst du. Oh, so hat er das jetzt gespeichert. Ah, hat er mir geschrieben. Okay, cool. Ah, warte. Ja, dass das Chatfenster aufgeht. 2,10. Da hat sich keiner weggeschmissen. Sie ist aber nicht. Ja, bei welchen Temps? Die hast du schön weggeschnitten. Nein, nee, nee. Äh, hier, hier, 20, 24. Ja gut, das ist halt optimales Fenster, ne? Das glaub ich dir auch. Ich bin, äh, beim Training, äh, bin ich auch noch, äh, 1,1 gefahren. Ich wollte schon sagen, Alter. Wird die Bude? Ja, wird kommen, aber wann, wie, kann ich noch nicht sagen. Ich will komplett am Montieren heute, komplett am Zusammenbrechen, Dixter. Hey, mein Code geht nicht. Kann ich einkaufen? Hey, du Uhrensohn. Hey, du Uhrensohn. Nervlich nochmal nachgetreten. Hey, sorry, Dixter, ne, geht doch. Irgendwie hab ich, äh, scheinbar Fehler gemacht, du. Nee, alles gut, Dixter. Nee, alles gut, Dixter. Alles gut, Dixter. Ja, heute ist wirklich wechselbar, der Gefühle, da kannst du einen drauf lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich kotzen soll, ob ich, ob ich happy sein soll, oder ob ich einfach schlafen gehen soll. Das ist schon eine wilde Mischung aus allem. Genau in dieser Reihenfolge. Genau in dieser Reihenfolge, ja. Ja, ja. Zupi, Dixter, freut mich schön. Boah, noch circa sieben Runden. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich, jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace. Wünsche einen schönen guten Abend. Aber, es ist wie immer Tate. Wir machen einfach das Beste draus. Never surrender, never fucking give up. Wir fahren bis zum Ende durch. Ah, ich mach mal bis zum Tate. Ist nicht schön, aber kann man jetzt nicht ändern. Bief, Dankeschön für 35. Vielen Dank übrigens auch. Ich weiß nicht warum, aber vielen Dank für den ganzen Support heute. Das ist unfassbar crazy. Ja, aber musst du noch einen Fahrer auswählen. Nee, 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 nee. Ich hab ihm gesagt, er soll es erst mal, wenn ich wieder auf den Server gehe. Ach, du hast es noch gar nicht gemacht. Ich geh nochmal kurz runter und nochmal drauf, dass ich alle Schilder habe. Zumindest am Anfang des Dienstes. Nee, ich geh noch schlafen. Ich weiß nicht, wann mein letzter Szent ist, aber ich geh noch schlafen. Der Plan jetzt ist, dass ich übernehme... Äh, genau. Danach macht Michel, dann bist du wieder dran, Desi. Das heißt, du wirst so irgendwann nach elf irgendwann... ...bis fast ein Uhr oder so, oder bis ein Uhr fahren. Ich? Du, ja. Das sind meine letzten Stints, oder hab ich morgen noch welche? Nee, nee, nee. Ja, ich weiß nicht, wie es geplant ist, aber danach fahr ich wieder... ...und danach wieder du, und dann hast du Feierabend. Ach so, ja gut, ja. Ich fahr gerne in der Nacht. Alles gut, fahr ich mal in Ruhe. Naja, also... ...also erst so um fünf oder so, irgendwann wirst du zum Schlafen gehen können. Oder gehst du jetzt noch? Speednap. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, müsste eigentlich vorher, hab ich's einfach direkt umgestellt, weil ich gedacht hab, bevor... Oh ja, ist deutlich kühler geworden, meine Drücke sind ein bisschen im Keller. Naja, die Drücke fallen muss. Warte mal, wann ist das... Du fährst jetzt, dann fährt Michel und danach ich Ray, richtig? Ja, ja, also quasi das, was die Grafik, die ich ins Discord geschickt hab. Äh, Michel und meine sind Sven gedreht, und die Zeiten sind da auf der Grafik ein bisschen früher, weil du ja ein bisschen länger fahren musstest, oder gefahren bist. Ähm, weil du ja anderthalb Stints am Ende nochmal gefahren bist. Äh, deswegen musst du ungefähr circa eine halbe Stunde draufrechnen, überall. Also hab ich um 5.30 Uhr Feierabend, quasi. Ja, so ungefähr, welches Stand jetzt, ja. Ja, Shed, dann machen wir, glaub ich, zwischendurch nochmal so eine Stunde Powernap irgendwo. Müssen wir machen. Das wird zu toll. Ja, am besten halt... Die beste Möglichkeit ist, sag ich, fast jetzt, weil jetzt sind's halt dann nochmal vier Stints, wo Michel und ich quasi bewältigen. Weil sobald du wieder fährst, hast du ja dann nur einen Doppelstint-Pause, und dann musst du gleich wiederfahren. Ja gut, dann geh ich mir jetzt was zu essen machen. Gut, guten Appetit schon mal. Mach ich mir jetzt fix was zu essen, dann ess ich hier, und dann geh ich, glaub ich, nochmal schnell zwei Stunden Mittagsschlafen machen. Mal bis 5.30 Uhr, mal ja, das ist, äh... Sonst verschlafe ich das Ende, glaub ich. Oder wir machen richtig Hardcore bis morgen früh. Und dann hat sie bis zum Finale durch. Nee, da steh ich noch zwei Stunden drauf. Oh Gott. Warum ist mir nicht so still? Der ist gar nicht da. Der ist wieder weg. Mal aber nichts zu sagen, keine Ahnung. Der bereitet sich, glaub ich, gerade auf das Rennen vor. Ich hab nur eingefallen, da könnt ihr vielleicht auch noch das Lenkrad ölen. So, Chat, ich bin dann kurz AFK, ich geh mir was zu essen machen. Ich bin grad am überlegen, äh, vielleicht mach ich euch die Küchencam an, und ihr könnt da nebenbei zugucken oder so. Also die anderen hört ihr trotzdem, mich dann einfach nicht. Irgendwie sowas. Habt ihr da Bock drauf? Bestimmt, oder? Bis gleich. Bis gleich. Jetzt aber auch ganz kurz mal strullen, ich höre aber noch alles. Also wenn A mal in der Sack bin ich sofort wieder da. Moinsen, Maria. Sock 3 giftet A tier 1 sub to dein stiller Follower. They have given 626 Gift Subs in the channel. ... Untertitelung. BR 2018 So, drei bis vier Runden noch. Copy. Wenn du reconnected hast, sag Bescheid. Ähm, ja, mach ich. Mach ich jetzt einfach gleich. Äh, wir sind, äh, glaub 38. Ähm, escaped. Was weiß ich. Ja, ich weiß. Ich habe nicht geguckt, wenn ich jetzt um 20 bis 20 bin habe. Perfekt. Bebe. Mein Drescher hat mich gerade für Cluescreen. Ich glaube, ich habe heute echt alles gechinkst heute schon, aber zum Glück nicht während einem. So, jetzt darf ich mich anfragen. Jo, Copy. Ich mache jetzt hier auf. Weg. So, ist Requested. Michl, ich würde mich jetzt hier schon mal muten, damit ich ready fürs Fahren werde, weil ich übernehme jetzt dann gleich. Goodies. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt noch mal. Vielen Dank. Also ich bin jetzt auch quasi da. Ist das jetzt noch zwei, drei Runden? Wahrscheinlich. Gehen wir mal auf sicher, dann ich komme nächster rein. Alles klar. Es kann sein, dass Sie erst über nichts bekommen. Copy, so wie es passt. Sock 3 Gifted A Tier 1 Subtuschmodelbob. They have given 627 Gift Subs in the channel. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme als nächster Copy Kannst du mir die Drücke nochmal nennen zur Kontrolle? Mache ich gleich 24, 1, 26, 3, 26, 8, 26, 3 Perfekt 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 Box, Box, Box In, in, in Great job Don't forget the beat limiter Copy Ja, stehe erstmal Warum muss Bentley direkt davor stehen? Ekelhaft Direkt hoch, das ist doch mal was Ich schätze mir Break Balance schon mal auf 53,2 Erstmal Perfekt So, 20 Versuchst du anzumachen? Ja Perfekt 15 10 5, 4, 3, 2, 1 Go Perfekt Toi toi Gut gemacht Okay So, hello Und still gute hier Achso, da kocht jemand Welche, du bist irgendwie am Dauersenden Da hört man das? Nö, da hört man nichts, aber du hast die ganze Zeit geleuchtet Ist es weg? Ja, ist weg Danke, Panguinen Hat auch Spaß gemacht Das sind Und Das ist weg, das ist weg, das ist weg Untertitelung des ZDF, 2020 So, Michael, wie schaut es bei dir aus? Alles fit? Okay, da ist noch keiner anwesend. Ja, aber alleine im Haus. Das ist eigentlich nicht schön. Ich wollte jetzt eigentlich essen, mich vielleicht duschen und eigentlich noch ganz fix Getränke kaufen gehen. In einer Stunde habe ich noch Zeit dafür. Rein zur Not kann ich vom Wasserhahn leben, aber ja. Okay. 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 aber ja ich bin da ja ich habe eben mal noch schnell anmoderiert okay alles klar ja also wie gesagt das ist so wie es ist kann man nicht machen ärgert mich jetzt auch nicht drüber aber ja wir machen jetzt einfach das beste raus und sehen was dabei rum kommt der der sich am meisten älter bin ich ja beinahe hast du das hast du das mitbekommen mein pc hat hat mich gerade mit dem blue screen begrüßt das habe ich nicht mehr gekauft ja schon mal gut los ich wollte es ist bloß zufall dass es sich irgendwie verschluckt hat oder so ja totti also ich denke mal du kannst bei ihm also wenn du trainierst ja kannst du mit dem auto full send gehen aber wenn du dann im rennen bist ist halt full send echt kritisch kannst du halt nicht wirklich richtig rein senden damit du das auto halt nicht zerlegt in bathurst verzeiht halt keine fehler 0 zumindest oben auf dem berg da darf nichts schief gehen da muss jeder input zu 100 prozent sitzen ansonsten bist du halt in der wand oh wow sagt er legt vielen dank für fünf gifts vielen 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 dank dankeschön dass du einfach fünf leute begiftet einfach mal ein pinko hype in chat dankeschön viel spaß mit den mons ist ihre die war aber das ist ja er an die war da ich sage immer er in ihr war wie ist das eigentlich jetzt richtig das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie mit schromsky bei mir ich habe ja noch nicht genug pinko hypes also auf geht's jetzt begrüßt sakrileg damit pinko hypes auf geht's ich mach mit moment so geht das vielen dank chat viel einfacher geo indy prime 3 vielen dank dafür danke für dein prime digger dankeschön michael ja kannst du auf dem server oder beziehungsweise irgendwie dann auch im team speak weil ich würde mich nehme ich sonst nicht mal zum essen auch mal ausklinken wollen ja ich bin doch im server wald als zuschauer ich mache es richtig okay okay alles klar dann weiß ich bescheid da müsste es eventuellen red dot team speak oder ne pixel ja doch red dot ja pixel red dot team speak richtig ne falls irgendwie irgendwie instruktion braucht oder so habe ich über diese sagt hier drauf ah hier wir hatten einen disconnect und dann war einer unserer mails nicht gleich erreichbar denk dran dich da noch zu muten ja gut gehen wir vom server runter und dann esse ich was schwingen mich unter die dusche bis also ich bin ich erst schnell und die dusche dann fahr ich schnell rüber zum ethiker holen wir noch getränke und dann neues internet das neue internet hängt das kabel hängt schon im keller das glas wasser kabel das ist schon da aber nicht damit erhängen aber bitte das habe ich jetzt nicht vor 9 internet kabel wenn es sich da achtung achtung scheiße ich müssen wir doch schon gerade er ist gerade losgezuckt durchkommen ich war nicht so schnell auf den bieten taste ich bin gleich wieder bei euch aber danke ich bin gleich zu spät sorry ne alles gut also mich ist jetzt dein guide ich bin mal eben eine weile afg alles klar gut und bis später bis dann aber du bist noch entnutet auf team speak nicht dass du aber ich nervst habe ich gerade gefixt ja sehr gut ich bin gleich bei euch ich muss ja bloß mal schnell team speak einstellen so oder mich hier perfekt so so ok wo waren wir grüß dich enden junge hi uli ja schief sorry ich war ganz erschrocken weil er halt wie gesagt gerade so losgezuppelt ist übrigens ist vor uns der bentley das ist stalking falls den einer von euch kennt der rumpel ja kappa alles klar ja ja doch podium ist drin also die haben alle vor uns auch noch ein disconnect der server wird in circa sechs sieben stunden abschmiert dann geht alles auf null wir sind auf platz 10 wieder vorgefahren und dann fahren wir aufs podium vor das sind mittlerweile auch bloß noch ja wenige autos da also nicht weniger aber weniger 40 autos an der zahl man merkt dass michael den streamer hat ach so war nicht so geil oder was mit docking also ich habe statt bloß die erste runde geguckt weil ich ja arbeiten war so da bin ich wieder hallo man merkt was den streamern wieso gleich wieder quatsch wie so ein verrückter aber ist gut ja doch eigentlich schon hedger also ich glaube nach dem ersten zwei runden waren wir platz 9 und sind dann sogar wieder auf platz 8 oder 7 vorgefahren aber an sich lief das eigentlich alles ganz gut so wie ich das mitbekommen habe wie gesagt ich habe bloß die ersten zwei runden geguckt ich musste dann weiter arbeiten ja kann ich auf diese theorie mein haus verwenden also wir brauchen jetzt irgendeinen coder chat weil dann gehe ich die wette ein ich weiß bloß was dagegen stellen soll ein paar getragene socken von dem 24 stunden event hier kann ich hier geben falls du die wette gewinnt die die ja finde ich geil also ich finde es geil ich würde ja den getragenden socken würde ich als grillern zünder nehmen alles klar aber ich nehme nur arbeitssocken ey da ist dann termiken scheißdreck dagegen bist du eigentlich ähm ja bist du weiß was ähm teams gut war ich gehe ich esse jetzt und dann gar nicht noch schlafen äh ich habe ich morgen früh ruhig vielen dank für dein follow paul deine alten schuhe mit unterschrift da brauche ich erstmal neue ich habe zwar neue hier ich kann sie aber nicht anziehen da schlafen mir die füße ein das kotzt mich so dermaßen an ich finde einfach keine anderen schuhe ich habe ehrlich gesagt jetzt braucht nicht bocken wir nochmal welche zu kaufen weil die fucking schuhe die haben 100 euro gekostet also wenn einer von euch wurde mal sprung an welche schuhgröße das ist das ist schuhgröße 46 wenn einer von euch die schuhgröße 46 hat ich hätte hier ein paar puma speedcat in rot zu verkaufen für den halben preis meinst du rosa oder nicht nein die sind rot schuhgröße 46 fällt allerdings ein bisschen kleiner aus schön morgenstrahl rein ja ja alles klar klausi ich habe den quark unten reingemacht damit ich dennoch würzen kann extreme union ich hatte gerade keinen bock den quark extra zu würzen ja das sind die mit der dünnen sohle die sind richtig nice aber mir passt es halt nicht ärgerlicherweise also wer schuhgröße 45 hat ich denke das ist die ideale größe dann könnte man der dpn schreiben wenn ihr wollt wie gesagt die habe ich fünf minuten angehabt weil die sind wirklich noch geil warum hast du mir nicht zum geburtstag geschenkt ja du hast doch schuhgröße 50 oder nicht 46 dann werden ja nie da passen sie wirklich warum weil die zugleich durch die einleitung aus naja ich habe schon probiert warum habe ich nicht umgetauscht du wirst jetzt lachen das einzige paar was ich noch bestellen konnte von von den hier in rohz ist aus frankreich wenn die kommen aus frankreich die schuhe heiter du hast ein zuschlag ohne dass jemand anderes bieten muss schreibt mir pn adresse ich gebe dir meinen paper meine paper hat dann geht es los das war also gewürze ist hier von just spices pizza gewürz knoblauch granulat und also 100 euro habe ich bezahlt ein profi das sind so wert ist nicht gut ich habe keine ahnung wie unser rückstand aktuell auszutausch ich bin drum ehrlich gesagt dass das auch bums wir sind doch auf ihre irrelevanten plätzen das könnte sein obwohl ich denke mal die braunen schuhe die werden hier schon sehr beliebt sein wenn ich die da ich meine die sind zwar schon der bitte ich kann es nochmal groß machen viele haben das ja schon gesehen ich sag auch einmal dankeschön für deine ganzen zapps heute kürzchen danke dass du an mich gedacht hast aber glaube ich muss der rechte der geht noch aber hier ist halt dass das heck schon ein bisschen abgelaufen da ja ich gehe aber gleich schlafen sogar ich mache noch mal da schlafen den schalt heiko vielen dank für den follow glaube ich auch bald ist der pancake Aber es ist halt wirklich so, dass ich hier, wenn man das jetzt in der Pedalcamp sieht, dass sich die Pedalen wirklich schon in die Schuhe eingearbeitet haben und ich da ab und zu sogar hängen bleibt. Wir haben Platz 40 überrundet. Grüß dich, Clipsa, mein guter. Wir haben echt einige Leute DCs oder von Internet scheinbar. Ja gut, beim Internet habe ich schon auf das teure Zeug gesetzt. Mhm, ich auch. Also es geht halt nichts über Telekom, es ist einfach so. Auch wenn es teuer ist, aber die sind halt wirklich, ähm, der Head. Nee, nee, ich bin auf dem Spectator Dixer. Also ich wechsle gleich, also Disconnecte und gehe als Spectator drauf. Nein, also mit der Telekom hatte ich bis jetzt einmal Probleme, aber da konnte Telekom nichts dafür. Da haben sie bei uns im Nachbarn Telefonkabel, ähm, verpackert, beziehungsweise eine Glasfaserleitung. Und das hat halt zwei Tage gedauert, bis sie das in Stand gesetzt haben. Und das war halt am Wochenende, ne? Dankeschön, Torli. Vielen Dank für eure Follows. Weihnachtsbaum, ist doch noch gar nicht so weit. Ach, Weimachtsbaum, aha. Wer von euch ist der schnellste? Michel. Michel ist aktuell der schnellste. Meine Hardware Specs sind aktuell, äh, yes. Jetzt muss ich nur rausfinden, wann ich dran bin, Chat, damit ich, äh, mir den Wecker stellen kann. Ja, Knipser, das würde ich jetzt nicht sagen. Also der Support bei der Telekom ist schon richtig nice. Du rufst dort an und dann kümmern die sich auch. Ja. 22 Uhr müsste ich aufstehen, Chat. Gut, dann gehe ich jetzt duschen und dann verschwinde ich kurz, Chat. Dann gehe ich jetzt, äh, gehe ich fix higher bobo machen, Chat. Dann bin ich um 22 Uhr da und dann bis hoffentlich Ende des Rennens dann. Kann ich hier eigentlich Chattorino auf ein separates Fenster nochmal aufmachen? Ja, theoretisch. Oben auf dem Plus. Nee, ich meine nicht, ohne dass ich hin und her switchen muss. Ach so. Du kannst das, glaube ich, in einem Speedscreen darstellen lassen. Wieso zwei Stündchen sind drei Stündchen, Dickster? Nein, jetzt habe ich... Ah, okay. Was denn? Nee, ich habe gerade, ähm, die, die Dinger oben weggemacht. Habe ich jetzt gar nichts mehr gesehen. Scheiße, ich krieg's nicht hin. So, Chat, dann gehe ich fix, äh, als Spectator drauf. Ähm, da müssen wir mal gucken, Scarab. Oh, das sind viele Runden. Also das sind noch sechs Runden bis zur Top 20. Also sechs, fünf bis sechs Runden Rückstand etwa, genau. Du konntest mich jetzt ein bisschen an, dass ich dieses Chat nicht mit offen habe. Ja, gerade den, weißt du? Der, der dich am meisten liebt. Naja, wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt abhaust, will ich deinen Chat halt trotzdem ein bisschen unterhalten. Das ist super lieb von dir, Michel. Vielleicht, vielleicht wollen die das aber auch nicht. Ach, das wollen die. Die lieben dich. Der Chat, der liebt dich, Mäuer. So, ähm, Pop-Out-Chat. Mach ich das jetzt zu. Äh, dann machen wir das so. Perfekt. Okay, Chat. Äh, dann geh ich jetzt kurz eine Runde knacken. Ähm, ich lass Cam an, ich mach einfach links rein. Ich bin, denke ich mal, 22 Uhr wieder da, okay? Und dann, äh, ballern wir die Nacht durch. Ich glaub ich sogar mit Michel, bin ich irre. Neh, mit Ray. Ja, ich soll dann schlafen gehen. Steht im Plan. Ja. Ich fahr mit Ray, Ray und Ava die Nacht. Ist vielleicht auch besser so. Ich bin ja schon wieder seit um sechs Monaten. Maga, mir musst du nicht erzählen, dass ich mein Handy mitnehmen soll und das auch laut sein soll. Ich hab ne Uhr, ich hab mein Telefon und ich hab mein iPad neben meinem Kopf liegen. Also es ist unwahrscheinlich, dass man mich nicht erreichen kann. Es ist wirklich so unwahrscheinlich. Okay. Wir machen einfach alle fünf Minuten Kontrollanruf, Chat. Hahaha, du Pisser. Äh. Wir testen um 20.30 Uhr. Ring, Ring, Bananaphon. Hallo, Desi? Ja. Ich muss jetzt glaube ich mal ein bisschen spoten hier. Es ist grad ganz schön viel Verkehr. Chat, ich bin gleich wieder bei euch. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Okay. Hab viel Spaß mit Michel. Äh. Wenn ich wiederkomme, dann machen wir noch ein Giveaway oder zwei, Chat. Deal? Deal. Gut. Bis gleich. Bye. So Chat, wollen wir den jetzt mal anrufen? Quatsch, endlich grüß dich. das mache ich einfach anrufen und fragen hier Dizzy also ich kann irgendwie nicht schlafen wie sieht es bei dir aus da ray ist gerade konzentrieren denke ich da fährt halt gerade geil sein sein stiefel runter also bloß noch mal für die die leute dazugekommen sind aber hat ins connect und ray sein handy hatte keinen empfangen wechselst ich glaube nicht das schaffen meine handgelenke nicht mehr also ich habe jetzt seit anderthalb monaten habe ich für mein handgelenk eine schiene für die nacht weil ich probleme mit meinen sehnen habe und wenn das jetzt die nächsten zwei drei monaten nicht besser wird muss es operiert werden dann bin ich erst mal sechs wochen weg vom schuss vielleicht kann ich danach und nie wieder fahren ja kapal tunnel genau ja ich arbeite hauptsächlich nicht mit der tastatur ja krischi wir hoffen wir hoffen ich denke mal das ist die dauerbelastung muss arbeiten felschef ich denke auch panguin panguin ich bin mechaniker also servicetechniker mario neben ist der pancake ist es nicht also ich denke schon dass es was auch mit dem fahren zu tun hat weil dann da hast du schon eine gewisse belastung auf der sehne aber ich denke mal das kommt hauptsächlich durch das arbeit aber ich denke mal das kommt hauptsächlich durch das arbeit wo du halt hoch und runter schalten an einer wippe machen kannst die dank für dein follow kann ist was kostet bei mir bremseswechsel beim audi wenn du mir jetzt noch sagst was für ein audi kann ich dir das ungefähr sagen jetzt ist es so link zentrer hier ja Ja, da müsste man jetzt auch, Julian, da müsste man jetzt noch gucken, was du für eine Ausstattung hast. Also Bremsen bei VHG werden mit PR-Nummer zugeordnet, die haben nicht alle dieselben Bremsen drin, aber beim 3 Liter CDI, denke ich mal, kosten die Bremsscheiben mit Belegen von ATE, also was anderes baue ich nicht ein, wenn ich was Privates mache, also einen freundschaftlichen Dienst, ohne Bezahlung natürlich, so um der 150 bis 200 Euro, nur die Teile. Oh, Platz 36 sind wir schon. Ah, das war unkonzentriert. Ja, eine Bremse, also eine Achse. Wir reden hier von einer Achse. Ähm, Ghost, das ist immer unterschiedlich. Das kann ATE sein, es war aber auch mal eine Zeit lang für Rodo. Ja, da, siehste, Jan, genau, das habe ich ganz ausgeklammert, Motorradfahren. Das ist halt auch noch so eine Sache mit der See, ne? Kennst du da jemanden, der das gut macht, Jan? So nebenbei, als freundschaftlichen Dienst, dass es schnell geht? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, Ghost. Nein, ich arbeite nicht mehr bei VAG. Habe zehn Jahre dort gearbeitet. Ähm, Melissimum, eine GSXR, 1000. Also, Chat und Chat, ne? Falls ich jetzt hier wöre Zeug rede, was ihr nicht in eurem Chat lest, dann rede ich gerade mit dem anderen Chat. Doktor Mir in Barcelona, okay. Ähm, Dave, genau. Dave war mit seiner, äh, eigenen Leistung nicht so zufrieden. Ja, Koshi, da kannst du eigentlich plus eins machen. Du baust ihn komplett raus, schießt den Stoff ab und tust ihn wieder neu verkleben. Gibt Sprühkleber zu kaufen. Und du kaufst den neuen Himmel. Kannst du aber meistens nicht bezahlen. Wenn er dann noch schwarz ist, hast du ganz verloren. Ja, Koshi, du kriegst nicht anders hin. Das funktioniert nicht anders. Wenn es schön aussehen soll. Ja, Zimmermann, das, das ist jetzt mal dahingestellt. Bam, bam, Hunger. Ja, selber schuld. Was fährst du auch näher? Also eigentlich geht das ganz gut mit dem Zeug. Wichtig ist halt, dass du es, ähm, gleichmäßig aufträgst. Beim, beim Corsa A, Nishan. Das ist korrekt, Jan. Das stimmt. Das ist eigentlich lebensgefährlich. Jetzt, wo du das sagst. Ähm, Platz 35, wir können mal gucken. Ist jetzt noch zwei Runden vor uns. Also es dauert eine Weile, bis wir den wieder aufholen. Ja, Karuka, es ist eine Schweinearbeit. Aber so eine Dosis Sprühkleber kostet halt nicht viel. Hallo. Hallo. Chat, ich hab gerade Beschwerden gehörig von Chat. Die da wären. Dass du einfach ein Top-Unterhalter bist und das großartig machst. Ah ja. Stimmt das? Ja, wir wollten dich gerade anrufen. Ich muss dich mal fragen, ob das so richtig ist. Und dann, Schnauze. Chat meinte, ich sollte dich dann in einer halben Stunde mal anrufen und dir sagen, ähm, ey, das hier, ich kann irgendwie nicht schlafen. Wie sieht denn das bei dir aus? Wenn du mich in einer halben Stunde anrufst, Junge, dann kacke ich dich aufs Dach, Junge. Ah, geil, da kommen wir gleich noch eine Müllstrengen. So, ich geh jetzt schlafen. Jo, bis dann. Jo, bis später. Ah ja, ein Totten, nee, das ist schon sein zweiter Doppelstint von Rain. Ja, wenn du es dann, äh, grau locker, wenn du es dann halt beim Vertragshändler machst, ja. Gerade VW, die, äh, nehmt dann halt nur wirklich Geld dafür, ne. DSG-Öl zum Beispiel ist so eine Sache, das kannst du theoretisch in der Garage machen. Das ist nichts Aufwendiges. Dachhimmel ausbauen, Karuka, ist immer Müll. Immer. Das Auto ist so dreckig, weil das Dui gleich dreckig gezeichnet hat. Weil, dann sieht das gleich dreckig, also wenn wir ein Disconnect haben, ja, ist es ja wieder sauber. Aber so sieht niemand, dass wir ein Disconnect hatten. You know? Five-Head-Move. Ja, gut. Mit, mit Medizinfähigkeiten. Da kann man sich dann halt auch mal so ein R leisten. Das liegt nicht in meinem Preissegment, so ein Scirocco, ja. Ich finde die Hütten auch absolut geil, aber ist halt für mich vielleicht kaufbar, ja. Aber unterhaltsmäßig ist es dann halt selbst für mich als Schrauber nicht so geil, glaube ich. Ne, Julian, das machen wir jetzt nicht. Ich meine, die TV-Cam gehen, ja, kann ich machen. Ja, wir reparieren im Livestream Autos. Das wäre doch auch mal was. Ja, Ray fährt gute Zeiten. Sehe ich auch so. Achso, okay. Ja, gut, ich sag mal so. Ich finde die Autos geil, aber ich, der sich mit der Technik auskennt, ja, und weiß, was alles kaputt gehen kann, der fährt so ein neues Auto nicht. Also alles, was nicht Saugmotor ist, will ich nicht haben. Das könnte sein, Jan. Der Ray, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön, mein Guter. Vielen, 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 vielen Dank. Das sieht schon wild aus, ne, wie die ja langen Ballons. Weil ein Pferd, also Pferd da noch ein alter AMG mit, habe ich mich da gerade verguckt? Oder ist das ein neuer? Ne, das ist ein neuer, ne? Ja, ganz so ist es dann auch nicht mehr im Livestream. Alter AMG, ne? Ja, Jan, wir haben mal sehen. Ich hoffe nicht. Äh, in die Leyen können sie nicht. Ähm, Nils würde ich gern. Aber, das sind dann halt wirklich spezielle Firmen, die dann praktisch, ähm, Laufbuchsen vermessen, Kolben vermessen, Kolben abwiegen, etc. Und das machst du halt im normalen Werkstattbetrieb eher selten. Selbst bei VW hast du es nicht gemacht. Da hast du beim 2 Liter TDI, größtenteils bei den Audi-Motoren, da hast du nur die Kolbenringe gewechselt. Nein, der Golf 5 hat da auch noch Saugmotoren. Den, den dicken 1,6er. Bier. Den haben die gefühlt 100 Jahre gebaut. Kann ich machen. Ja, so wie bei Red Hat Zylinderkopf-Technik. Die sind absolut geil. Die gefallen mir richtig gut. Ja, läuft. Dennis wird er on, on point mit 2,008. Ja. Hol ja mit Unterlegscheiben. Ja, ist notiert. Ach so, Ding um Dieselsauger. Okay, das habe ich überlesen. Aber ich glaube, der Caddy aus der 5er Baureihe, wissen Sie genau, die Erkennung nicht, der hatte auch noch eine SDI. Also die Caddys, die sie ab 2004 gebaut haben, da gab es auch noch eine SDI. Wieso wechselt man Motor 6 Mal? Aber ich glaube, Nils, bei den älteren Jaguars, also die ganz alten, obwohl Toleranzmasse musst du sowieso beim Motor einhalten. Ja, ja, Golf 4 wurde schon gesagt, bis es da noch eine SDI gab, aber wurde halt geschrieben bis Golf 4. Und ich bin aber der Meinung, dass der, ich weiß jetzt nicht, wie die Typenbezeichnung vom Caddy war, der hatte auch noch eine SDI drin. Und den haben sie, glaube ich, bis 2006 oder so gebaut sogar. Ach so, sechs Monate. Ja, okay. Kann der eine Kette oder Zahnriemen? Ich glaube, die hatten Zahnriemen, oder? Die hatten noch keine Kette. Oder zwei oder ein Turbo. Ja. Ja, Goldi, das ist halt so. Weil es einfach deutlich günstiger ist. Ja, sag ich doch. 2K-Caddy, genau. Da gab es den 2L SDI. Den haben sie ewig gebaut. Ah, von 2014. Okay. Ja. Ja, gut. Dann, eigentlich halten die Motoren drauf locker. Also, da kenne ich jetzt nicht viele Ausfälle. Auch vom Turbo nicht. Bei den, bei den 2L Turbos. 1,4er, klar, die gehen öfters kaputt. Aber, 2 Liter? Ich habe letztens bei meinem Motorrad erst den Vergaser eingestellt. Nils. Ja, was jetzt Vergaser eigentlich eine Drosselklappe? Aber mit dem Vergaser machst du es ja ähnlich. Mit der Umluftschraube. Du wirst mir nie glauben, wie ich das gemacht habe. Ähm, Fetty, 2 Liter, TFSI, beziehungsweise alles, was FSI und TFSI heißt, sind nicht brauchbar. Egal, was du kaufst. Ob das, ähm, ob das, äh, Kia ist, ob das Hyundai ist, ob das VW ist, ob das Audi ist. Im Direkteinspritzer ist immer Müll. Also in meinen Augen. Hey, meine Audi 80 hatte die K.E. Schettronik. Die waren eigentlich schön. Da brauchtest du nichts einstellen. Es geht ganz einfach darum, dass durch die ganze Abgasnachbehandlung und, ähm, ja, eigentlich ganze Abgasnachbehandlung was durch die strengen EU-Richtlinien, Abgas, äh, Richtlinien entstanden ist, dass du dort jede Menge Verkulgungen in dem Motor hast, die nicht mehr feierlich sind. Unabhängig davon, ob die jetzt bei Red Hat Zylinderkopftechnik steht oder nicht, ähm, ich sehe es ja jeden Tag, wie die Autos dann aussehen. Also du brauchst bloß mal einen, ähm, ab wann haben sie den gebaut? 2006 RS4 hernehmen. Ja? Der Motor hat nach 40.000 Kilometern locker 20 bis 30 PS weniger, weil die so dermaßen verkauft sind, dass die, äh, dass die, 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 die Luftzufuhr für den Motor einfach so zugeschrumpft ist, dass er nicht mehr genug Luft bekommt. Ja, Ölprobleme, das ist jetzt mal das andere. Ich rede ja jetzt von Direkteinspritzern. Du hast halt, äh, bei Direkteinspritzern hast du halt das Problem, dass du die reinigende Wirkung vom Kraftstoff nicht mehr im, im Saugrohr drin hast. Wenn du jetzt einen Saugrohr-Einspritzer hast, da wird ja der, der Kraftstoff ins Saugrohr eingespritzt. Das verwirbelt sich alles und reinigt ja auch diese, diese, diese Ansaugstrecke. Das hast du auch bei Dieselmotoren. Dieselmotoren ist ja dasselbe wie ein Einspritzer. Oder hast du hier einen Injektor, der direkt in den Brennraum einspritzt. Kai Schock spritzen uns Saugen, genau so sieht's aus. Die hatten einen Disconnect. Arknife. Weil die mit der Direkteinspritzer-Technik mehr Leistung aus den Motoren rausholen können. Und die, in Anführungszeichen, die sind effizienter, was den Kraftstoffverbrauch angeht. Je effizienter der Kraftstoffverbrauch ist, desto weniger schlechte Abgase hast du. Es geht nach vorne. Wir gucken mal, wie weit wir noch zwei Runden noch zu Platz 35, also anderthalb schätze ich mal. Platz 35 haben wir jetzt ein, zwei Runden sind's jetzt noch. Nee, also die zwei Liter Tefes, die sind ja auch nicht schlecht, was die Haltbarkeit angeht. Also die gehen jetzt nicht kaputt oder so, aber du hast halt trotzdem das Problem mit der Verkorkung und der Ansaugrohr. Vom 1,4er brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist der letzte Drecksmotor, den VW je gebaut hat. Genau. Das wissen halt auch viele nicht, dass die die Abgasrückführung die Brennraumtemperatur sinkt. Ja, der muss einfach nur so weiterballern. Finde ich gut, was er macht, Rumpel. Die Steuerkette ist das geringste ein Problem, das ist ein Problem, Goldi. Gebrochene Kolbenhemden, dann Turbos am laufenden Band, hör mal auf mit den Motoren. Na, die NOX entstehen ja durch Schichtsladebetrieb hier. Das haben ja so gut wie alle TSI. Niemand hat gesagt, dass die Motoren schlecht sind. Aber ich gebe dir mal einen Tipp, wenn du dann so um die 100.000 Runde hast, lass mal das Saugrohr abbauen und lass das mal mit Walnuss-Kanonat reinigen. Achtung! Michael, bitte nicht auf dem Berg irgendwie rumschreien, wenn es nicht was wichtiges ist. Ich wollte schon warten wegen der Essen, aber das hast du ja da brauchst du schon vorbei, ich hab später reagiert. Alles gut. Fahre weiter so, Ja, ich brauch gleich wahrscheinlich noch mal meine Drücke, die ich ins Discord geschrieben hab, dass ich daran anpassen kann. Darfst du noch mal Bescheid dazu stehen dir raus? Ja, stehen im Discord der letzte, das letzte, was ich geschrieben hab. Ja, war einfach. Ja, war einfach. Ja, war einfach. Ja, war einfach. Ja, können wir jetzt schon machen. Dann kann ich es nachher an, wenn ich es... Sag Bescheid, wenn du wir bei Belöse legen könnt. Ja, sag einfach den ersten Druck. 721, 623. 623. Ja, 623. Ja, 623. Ja, 623. Chat, alles gut. Penguin weniger als zwei Bildschirme geht gar nicht. Oh, let's brawl, SAP 314. Vielen Dank für deinen SAP, Digga. Dankeschön, Mann. Viel, viel, viel Dank. Hier sind eigentlich nur die Ridge Boys im Chat. Gravedigger fährt halt den E-Tron. Genau, es zieht sich aus dem... aus dem Weg gerückt nur die, ne? Boah, Profits, ähm... Prime 3, vielen Dank dafür, mein Bruder. Dankeschön. Also, Rumpel, ganz ehrlich. Ich finde, Elektro geil. Aber es ist halt momentan nicht erschwinglich. Ähm... Rocks at what? Ähm... Ja, schwer zu sagen. Weil ich habe mit den Autos nicht viel zu tun. Muss ich ehrlich sein. Also, rein technisch kann ich dir da nicht viel mitteilen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es halt auch ein Direkt-Einschmutzer ist. Baba! Haut fünf Gifted-Saps raus. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Viel Spaß mit den Modes. Chat, einmal bitte den Pingu-Hype hier. Chat. Für Baba. Dankeschön, Mann. Bald kannst du mit dem Satz-Saps in den E-Tron-Leist. Das glaube ich kaum. Äh, Güsa, mein Schwiegervater war auch ohne Pilze. Der hat, glaube ich, zwei Körperdruck rausgeholt. Sehr nice, Chef. Na, eigentlich alles, weil ich jetzt in der freien Werkstatt bin. Aber ich komme, wie gesagt, hauptsächlich von der VAG-Gruppe. Hab halt, wie gesagt, über zehn Jahre dort gearbeitet. Nexation, das ist halt immer eine Entscheidungsfrage. Brauchst du das? Die, die Motoren, du musst gucken, das ist ein Zwei-Liter-Turbo, der schon fast 300 PS hat. Du willst dann halt praktisch nochmal, nochmal zehn Prozent Leistung oben drauf bauen. Das ist halt immer so eine Sache, wie lange das Auto leben soll. Ich würde es nicht machen. Der wird es aushalten, weil die sind immer ein bisschen, ein bisschen überdimensioniert, was die Leistung angeht. Aber, für was? Also, ich, ich fahre jetzt, mein Auto ist 18 Jahre alt, was ich fahre. Das ist ein Audi A4 aus 2003. bis auf Tieferlegung, Auspuff und Gasanlage habe ich an dem Auto nichts verändert. Abhängig von dem neuen Lenkrad, was ich mir jetzt gekauft habe, weil mein altes übrigens abgeranzt war. Das Ding hat schon halt 250.000 Kilometer runter. und was habe ich noch? Ich habe ein anderes Radio eingebaut. Aber ich bin mit dem Auto halt top zufrieden. Klar, er geht jetzt langsam kaputt. Hier und da, dann so ein paar Bewegungen. ist ein B6, nix da. Ist schon ein B6. B5 haben sie bis 2001 gebaut. Ich glaube, von 2000 von 2000 bis 2001 kam nochmal das kleine Facelift. Es steht auf Arbeit das Auto, Tim. Jetzt wird er unkonzentriert. Ich musste, also, das Geile ist, ich weiß nicht, ob es hier noch ein paar Schrauben unter uns gibt, aber ihr kennt ja die Kurbelgehäuseentlüftung von VW. Also diese Plastikrohre, die halt nach 18 Jahren, wenn du die bloß anguckst, wo die halt schon in 1000 Teile zerbröseln. Ja, Bums ist mir heute beim Ausbau abgebrochen. So, dachte ich mir, okay, rufst schnell oben bei VW an. Angerufen, ich sage hier, ich brauche das komplette Kurbelgehäuseentlüftungs-Giraffe. So, und da sagen die mir allen Ernstes, ja, können wir den bestellen, kostet 200 Euro. Dachte ich mir, Jungs, pickt euch. Ja, habe ich mal Ebay geguckt, habe ich dasselbe Teil für 50 bekommen. So, und das Kühlwasserrohr, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, also das gab es halt bei Ebay, nicht, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, okay, das wird bei Audi halt, keine Ahnung, 250, 300 Euro kosten. Weil das ist halt ein übelst großes Teil, ja, aus Plastik, geformte Plastik ist Plastik, aber VW und beziehungsweise VHG ist in solchen Sachen echt steuer. Ruf ich an, ich sage hier, ich brauche dieses Rohr, habt ihr die Teilnummer dort abgelesen, habt ihr das gegeben, die Dichtringe, das und jenes. Ja, da musst du noch einen kleinen Kühlwasserschlauch dazunehmen, weil der hat sich ein bisschen geändert, da ist okay, packt ihr mit rein, was kostet. 85 Euro. Ich dachte, hab mich jetzt halt gefragt, ob die mich verarschen wollen. Ist nicht mehr meine Zeit, bin jetzt mittlerweile schon wieder sechs Jahre von VHG weg vor Descent. Ah, ne, Vossi hat das gefragt. PicoDelle, das ist genau mein Motor. Das ist genau der Motor, den ich auch habe. Ah, ist ein sehr schöner Motor. Der hat zwar jetzt, sag ich mal, das ist kein Rennauto, aber mit dem kannst du gut cruisen. Ja, ist ein 3 Liter V6. Naja, Bier, da musst du es so sehen, Mazda, hast du ja schon beim Kauf gespart. Obwohl das auch nicht mehr so ist. Mazda ist mittlerweile auch nicht mehr so günstig. Naja, Disconnect, Pulle-TV. Ne, ist keine Angst. Also, die Dinger gehen deswegen jetzt nicht kaputt. Ja, ihr müsst halt sehen, das ist halt ein 2-Liter-Motor. Auch wenn die Technik jetzt immer weiter und weiter sich entwickelt hat, irgendwann ist man eine Belastungsgrenze vom Material einfach erreicht. Guck mal, was so ein 2-Liter-Motor vor 15 Jahren hatte. So ein 2-Liter-Motor oder 1.8T. Ja gut, die 1.8T hatten auch schon 190 PS bzw. 225 im TT. Aber die waren halt ohne. Die Motoren an sich, die gehen wie Sau, aber die waren nicht geil. Die hatten halt auch ihre Probleme. 1.8T's. Bei was für ein Auto, Darkstyle? Äh, Ray fährt jetzt den Sinn noch zu Ende, dann fährt er noch einen, dann fahre ich. Ähm, 3.6T Schuhe habe ich mich schon nicht mit beschäftigt. Ja, wenn, dann RB28. Wo war es? RB26? Wait. Erzähl ich jetzt gerade Mist? Nee, RB26. Du meinst jetzt den vom Skyline, ne? Ja, die Dieselmotoren von Mercedes sind so und so extrem gut, Dickster. Ist einfach so. Ich dachte, aus der Skyline war RB28, oder war es doch RB26? Nee, war RB26. Ja, die, äh, Bensky, die Mercedes müssten bloß noch schöne Autos bauen. Also bis auf ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel SL. Oder, mir gefällt auch persönlich von Mercedes der Shooting Brake. Genau, 2er Z war super, Dickster, das stimmt. In ca. einer Stunde, sage ich jetzt einfach mal. Gehe ich ins Auto, die Tür ist. Gehe ich ins Auto, die Tür ist. Wie kaputt ist es, Ray? Ray, wie kaputt ist es? Du hörst mich ja gar nicht. Ich bin eh in der Inlab. Das war ein bisschen dummes Manöver, weil ich war so dicht an ihm, dass ich den Einlenkpunkt verfehlt habe. Alles gut. Auf gehts. Du brauchst jetzt ein bisschen Zeit in der Box, aber das hole ich jetzt dafür wieder rein. Skyline ist schon geil. Also mir persönlich von der Skyline Reihe gefällt er R32 am besten. Also rein optisch. Das ist ein absolut schönes Auto. Also das Heck gefällt mir besonders bei dem Ding. Eigentlich auch die Front. Das gesamte Auto ist mega nice. Viele fahren ja hier so auf dem Mainstream, auf dem Mainstream Shit aus R34. aber nee. Ja, da kann ich dir wirklich nicht weiterhelfen. Neues. Das musst du für dich selber entscheiden. Weil ich bin bisher nur den Simucube gefahren und mal den Simucube 2. Und die Phenetic DT bin ich schon mal gefahren. Ja, optisch, das hatte ich schon mal gesagt. Ist ein Auto Baujahr 67. Dann haben wir wieder gut durchgereicht. Und Shelby. Und da gehts. Der Eleanor sozusagen. 67er Shelby von Mustang geht die 500. Rein optisch. Das ist das absolut schönste Auto, was es gibt. Rein optisch. Das ist das absolut schönste Auto, was es gibt. Ja, den gibt es ja bloß noch als Replika, Steve. Ich glaube, als Replika kannst du ihn für 130.000 Euro. Also, so war es mal vor ein paar Jahren. Wiss ich, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Na ja, R33, da gefällt dann wesentlich nicht. Da gefällt mir das Heck nicht. Die Front ist okay, aber das Heck gefällt mir nicht beim R33. Also, wie gesagt, R32 ist für mich ein absolutes Highlight. Allgemein, die älteren japanischen Fahrzeuge, die sind schon richtig nice. Die ganz alte Fair Lady finde ich zum Beispiel auch richtig nice. Jetzt kommt er hier mit einem DeLorean um die Ecke. Oh Mann. Einfach nur mit einem Edelstahlpanzer oder was? Ich glaube, der hat Schaden. Ja, denke ich auch. Ja, habe ich auch gedacht. Deswegen bin ich direkt vorbei. Oh Mann. Das Mikro-Muten. Das Ganze klappt nicht so richtig. Bei 70 Liter, dann saß ich mir um Bescheid, dass ich dann schlafen kann. Äh, bei 70 Liter Rest. Oder was meinst du? Korrekt, ja. Ja, okay, ich versuche darauf zu achten. Ich bin jetzt auch noch mal schnell weg. Keine Dampfen. Und gleich wieder. Okay, ja. Jo, passt. Copy. So. Äh, Chat, ich lasse euch mal kurz allein. Ich gehe mal einer rauchen. Und wenn man noch was zu süffeln holen. Ich bin gleich wieder da. Also bauen sie davon keine Replikas mehr, Nino. Also ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren mal geguckt habe. Da gab es noch Replikas. Aber perhaps nicht z毛ig. Ja, schreiben Sie also in readingen Wikipedia? Jawazganани nach dem den Video. Wenn es nicht schnell wieder geht, wird es riffrafen. Wo Occassi das ndeetzt gab es mir. Wof. fills in einem Jahr drbeden. Hu attended mir. Gott wird nie kötiver. Ich muss Legacy sein, natürlichoo wievang wquer sideways. Sie meinen König Aunt sich aus dem concluded, Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Letztendlich viel Erfolg dabei. Warte. Dizzy Jet, ihr habt einen Link. Mensch, was siehst du für ein Gesicht? Meine Sonne. Hä, warum war da nicht gerade Platz 36 für uns? Äh? Ach, Pharah rejoined. Okay, Skirp. Die Sprecher sind 눈물, Schatz